Musik Ja, so Kinder, ich bin ja immer noch eure Vertretung für die, für die Anna, ich mein, für die Frau Chillich, wer möchte denn jetzt hier die, die Aufgaben lösen, bitte? Oh, hier, hier, Herr Chillich, Herr Chillich, ich, 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 ich liebe Mathe. Und, und, die Aufgaben sind eigentlich ziemlich einfach. Hm, vielleicht jemand anderes. Hm, wie sieht's denn mit dir aus, Sarah? Weil der Julia hat ja schon was gesagt heute. Oh, Herr Chillich, äh, äh, meine Stimme ist weg, ich kann gar nicht sprechen. Interessant. Steve, wie sieht's mit dir aus? Äh, also, Herr Chillich, ich muss ganz dringend aufs Klo. Ja, ja, ich war seit über zwei Wochen nicht mehr aufs Klo, also ich muss jetzt los. Oh mein, ich hab keine Ahnung von diesen Aufgaben. Äh, Ines, ich wollte dich eigentlich gerade dran nehmen, wo wirst, wo wirst du denn hin? Äh, ich bin auch aufs Klo, weil ich war auch seit drei Wochen nicht auf Toilette. Natürlich, natürlich. Hey, Ines, du brauchst mir nicht immer nachmachen, also gleich glaub mir der Herr Chillich nicht. Ich war seit zwei Wochen nicht aufs Klo und gleich glaubt er mir das nicht. Oh Mann, Steven, spann dich doch mal. Also, na gut, dann war ich eben nicht seit drei Wochen aufs Klo, sondern seit zweieinhalb. Ist das besser? Ja, schaue ich doch. Ja. Ah, sonst keiner? Kinder, schaut doch mal. Das sind doch eigentlich, ja, okay, für die erste Klasse sind es noch etwas schwierige Aufgaben. Ihr schafft das. Herr Chillich, bitte, bitte. Oh, ich bin doch heute total motiviert, bitte. Also, ich hab die Aufgabe auch verstanden. Wir müssen jetzt da eine Zahl einsetzen. Hm, acht plus was? Ah, natürlich. Acht plus fünf ist gleich 13. Ganz einfach. Oh, mein, oh, mein. Und das lernt man in der ersten Klasse? Oh, diese fünf. Also, das erinnert mich gerade an Frau Chillich, weil sie liebt fünfen und, naja, nicht als Note, aber... Oh, Anna. Oh, Mann, oh, Mann. Herr Chillich hat schon wieder seine fünf Minuten. Ich mach da mal weiter mit B und C. Oh, Anna. Herr Chillich, also reißen Sie sich jetzt mal zusammen. Also, ich bin jetzt fertig. Ist ja gut, ist ja gut, Mensch. Ich reiß mich zusammen. Also, was hast du denn... Ja, das sieht gut aus, Julian. Glückwunsch. Ja, mal wieder. Du bist der Mathe sehr, sehr gut, fällt mir auf. Mhm, erzählen Sie mir was, was ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich Mathe ziemlich gut bin. Ich bin ein Genie. Also, hat man mir mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Oh, Puh, Glück gehabt. Zum Glück hat Julian alles gelöst, sonst hätte der uns nachher noch drangenommen. Oh, wie schade, Herr Chillich. Es ist ja schon Pause. Dabei hätte ich diese Aufgaben so gerne gemacht. Ich hatte gar keine Ahnung. Alles klar, Kinder. Dann geht mal in die große Pause. Und gleich nicht vergessen, gleich habt ihr eure erste Sportstunde. Also, danach ab in die Turnhalle mit dem Turnbeutel. Oh, Mann, das wird super. Aber kommt, wir gehen vorher noch ein bisschen raus. Ein bisschen frische Luft. Oh, Mann, das wird klasse. Der erste, der erste Sportunterricht, die erste Sportstunde. Oh, ich bin gespannt, was wir machen. Wir spielen bestimmt Fußball. Ach, Julian, ich habe eigentlich nicht so viel Lust auf Fußball. Vielleicht spielen wir hier Brennball oder so. Oder vielleicht Völkerball. Oh, ja, stimmt. Also, ich wäre aber für Brennball. Also, ich kann ziemlich gut werfen und ich bin auch ziemlich schnell. Das heißt, ich bin wahrscheinlich Erster. Ihnen ist klar, wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir in meinem Team sein. Julian, du bist nicht bei mir im Team. Hm, will ich auch gar nicht. Ich bin selber gut. Ich kann auch ganz alleine spielen. Da macht Platz da. Los. Hey, Aua. Hey, Aua. Ich bin schon rot. Was soll das denn? Oh, Mann, Julian, weißt du, dass das Mias Bruder ist? Was? Mias Bruder? Warum ist der denn so fies zu uns? So bei der in der vierten Klasse ist? Wahrscheinlich. Na, egal. Ich lasse mir meine Laune nicht kaputt machen. Jetzt geht's ab in den Sportunterricht. Die ist ja viel größer als bei uns in der Kita. Ja, die ist ja viel größer hier. Oh, Mann, oh, Mann, ist das klasse. Also, ich versuche mal jetzt hier auf die Leiter zu gehen. Hey, hey, kann ich hier gleich auch klettern? Oh, Mann, oh, Mann, ist das hoch. Also, so hoch war das bei uns in der Kita nicht. Hey, hey, Steve, wie wäre es denn, wenn ich mit dir da hochklettere? Das war ja klar. Aber bleib hinter mir. Julian, guck mal hier. Da ist sogar ein Fußball und ein Fußballtor. Vielleicht hast du recht und wir spielen wirklich gleich Fußball. Das wäre sowas von klasse, sage ich dir. Aber das Tor ist ein bisschen klein. Egal, egal, ist vielleicht bei uns so in der Schule. Ich schnapp mir jetzt erst mal den Ball. Komm schon, Sarah, geh ins Tor, ich schieße drauf, okay? Ja, klar, aber nicht so hart schießen, Julian. Nein, nein, ich weiß, ich weiß, ich mache das ganz locker. Das reicht ja auch bei dir. Ich mache, glaube ich, 100 Tore jetzt bei dir gleich. Bist du fertig? Ja, bin ich. Okay, und tschüss. Och, Mann, fast hätte ich den gehabt, Julian. Davon träumst du wohl. Die Menge tobt, die Menge tobt. Julian Messi, Julian Messi für Barcelona. Das war ein klasse Tor. Ich glaube, ich spinne hier. Was ist denn hier los? Was hier los ist? Ich habe ein Tor gemacht. So ein richtig cooles. Ja, Mann, also das wird in meinem Sportunterricht hier aber nicht gemacht. Und wir beiden da, ganz schnell runter, aber ganz fix. Und ihr beiden, ihr sitzt da gut, sehr gut. Vorbildlich. Und was siehst du da so im Tor? Äh, ich wollte den Ball halten. Steh auf. Ich bin der Herr Fit, euer Sportlehrer. Und wir machen jetzt erstmal eine Besprechung hier. So läuft das im Sport. Disziplin ist angesagt. Äh, Disziplin, was, Herr Fit? Also ich dachte, wir spielen jetzt hier erstmal nur eine Runde. Oh, Mann, der ist ja echt streng. Was? Hier wird nicht gespielt. Beim Sport haben wir keinen Spaß. Hier ist Disziplin und Ordnung, auch gesagt. So, Besprechung. Also, ich sag's doch mal für alle. Ich bin der Herr Fit, euer Sportlehrer. Oder auch euer Trainer. Ist mir egal. Auf jeden Fall nennt ihr mich Herr Fit. Und wir werden jetzt erstmal, erstmal richtig Sport machen. Oh, Mann, was meint ihr? Bremsball oder Völkerball? Wofür sollen wir stimmen? Hey, Duda, Duda, Ruhe jetzt. Wenn ich rede, redet kein anderer. Noch so ein Ding, dann gibt's auch richtig Ärger, sag ich dir. Dann kannst du hier 200 Liegestütze machen, damit das klar ist. Was? 200 Liegestütze? Das geht doch gar nicht. Das schafft doch gar kein Mensch. Ja gut, ich bin ruhig. So, und damit wir ein bisschen warm werden, könnt ihr jetzt hier in der Turnhalle mal ein bisschen laufen. Zehn Runden, würde ich sagen. Auf geht's. Was? Zehn Runden? Das dauert doch die ganze Stunde. Wahrscheinlich sogar eine Doppelstunde. Zehn Runden, das schaffen wir doch niemals. Niemals. Ich hoffe, danach machen wir was richtig Cooles. Oh, Mann. Aber spreche ich Latein oder was? Laufen, hab ich gesagt. Nein, also, Sie sprechen Deutsch, ich verstehe das schon. Aber zehn Runden, ist das nicht ein bisschen zu viel, Herr Fit? So, ich sag euch jetzt was. Wenn ihr noch einmal was sagt, könnt ihr gleich 20 Runden laufen. Los jetzt. Schnell laufen, Leute, Leute. Keine 20 Runden. Los, behält euch. Okay, okay. Herr Fit, also, das waren jetzt fünf Runden, aber ich kann langsam nicht mehr. Erzähl das deinem Mathelehrer oder deiner Deutschlehrerin. Das interessiert mich nicht. Wir sind hier beim Sportlaufen. Okay. Komm, komm. Sarah, Sarah, du musst das durchhalten. Los. Wie viele Runden denn noch? Ich glaub, ich glaub nur noch zwei. Oh, guck mal, ein Ball. Also, der steht hier ein bisschen im Weg. Der kommt jetzt ins Tor. Und Schluss mit links, mit dem schwachen Fuß. Klappt auch. Und die Menge tobt mal wieder. Diesmal ist es Julian Ronaldo. Ich muss schnell weiterlaufen. Stopp, stopp, stopp. Sag mal, was ist hier denn los? Sag mal, es ist jetzt total verrückt geworden. Einfach hier den Ball ins Tor schießen. Das macht man im Sport nicht. Ja, aber beim Fußball macht man das doch. Und das ist doch auch ein Sport. Und das war einfach nur im Weg, Herr Fit. Ich wollte den nur weghaben. Ich lauf ja weiter. Sag mal, du hast auf mich zu hören. Ich bin ein Trainer und ein Sportlehrer. Du kommst jetzt hier auf die Strafbank für den Rest der Stunde. Aber Herr Fit, ich hab doch gar nicht so... Ich wollte den Ball doch nur wegschießen. Bitte, bitte, bitte. Sonst lernst du es ja nie. Disziplin ist bei mir angesagt. Wir haben hier keinen Spaß. So, ab auf die Strafbank mit dir. Na, toll. Jetzt muss ich den Rest der Stunde hier sitzen. Dabei will ich nicht sitzen. Das kann ich in den anderen Stunden. Ich will mich doch nur ein bisschen bewegen. Aber, ja, Fit. Also, er wollte wirklich nur den Ball wegschießen, damit ich da nicht drüber stolper. Sag mal, willst du auch auf die Strafbank oder was? Weiterlaufen. Okay. Oh, Mann. Habit ist viel zu streng. Das macht gar keinen Spaß. Jetzt turnen die anderen. Dabei hätte ich meine ganzen coolen Tricks zeigen können. Also, Herr Fit, ich kann das mit dem Ring noch nicht so gut. Das kann der Julian eigentlich besser. Oh, Mann. Das macht total viel Spaß hier im Rack. So was hatten wir bei uns in der Kita nicht. Das ist neu. Jetzt sitze ich hier auf der Strafbank, nur weil ich Sport gemacht habe. Ja, okay. Ich hätte den Ball vielleicht nicht wegschießen müssen. Aber der stand im Weg. Und ich wollte nicht, dass jemand da drüber stolpert. Und das war ein schönes Tor. Ich muss mich ein bisschen ablenken. Ohne Anna ist diese Schule nicht die alte. Naja, was machen wir denn hier in der ersten Sportstunde von der ersten Klasse? Mal gucken. Ach, hallo, Herr Fit. Lassen Sie sich nicht stören. Was macht denn der Julian da? Ach, Herr Zürich. Hallo, hallo. Ich grüße Sie, ich grüße Sie. Ja, wir sind hier gerade im Sportunterricht und alle sind ziemlich fit. Ja, das sehe ich. Aber was ist denn mit dem Julian? Hat der sich verletzt oder irgendwie sowas? Oder keiner? Also, Sie können es mir ruhig sagen. Dieser Junge ist einfach sowas von undiszipliniert. Da wollte ich, dass er zehn Runden läuft und in der achten Runde schießt, auf einmal den Ball da eins zu halten. Also, so geht das nicht. Aber, aber, Herr Fit, das ist doch gerade mal die erste Stunde der ersten Klasse. Also, seien Sie bitte nicht so streng. Das können Sie vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche machen. Aber, aber, Herr Zürich. Ja, nix da, nix da. Ich bin Ihr Chef. Der Julian macht heute beim Sportunterricht mit. Ja, ist gut, Chef. Julian, Julian, ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Ja, was soll denn so toll sein, dass ich hier den ganzen Tag auf der Strafbank sitzen kann? Schön ist das nicht? Also, ich habe gerade mit dem Herrn Fit geredet. Und, äh, der meinte, wenn du den Ball nicht mehr wegschießt, kannst du jetzt beim Touren mitmachen. Ja, und natürlich, ich mache nichts mehr. Ja, hey, Leute, jetzt zeige ich euch mal ein paar neue Tricks. Hey, Julian, darfst du jetzt doch mitmachen? Ja, darfst du mitmachen? Geh mal weg, ich will dir was zeigen am Rack. Ich habe was geübt über die Sommerferien. Also, Herr Fit, das können Sie bitte ab nächster Woche durchziehen. Heute in der ersten Sportstunde vielleicht noch nicht. Seien Sie ein bisschen gnädig. Naja, Gnade gibt es zwar beim Sport nicht, aber gut ist es. Naja, dann zeig mal, Julian, was du da drauf hast beim Touren. Und alle, hopp! Wow, Julian! Julian, das sieht doch richtig gut aus. Toll! Wow, also, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Mit ein bisschen Disziplin wird das noch besser, Julian, sage ich dir. Anna tut auch immer so gerne und das kann sie momentan nicht, weil sie so schlimm erkältet ist. Anna! Hm, das kann ich richtig gut so. Und jetzt Rückwärtsseite zum Abgang! Hey, hat eigentlich Mia mit euch in letzter Zeit geredet? Obwohl sie meine Sitznachbarin ist, haben wir kaum gesprochen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also, nö, ich habe in letzter Zeit auch nicht viel mit ihr gesprochen. Aber sie ist in der Pause auch immer unterwegs mit anderen Leuten und so. Und ich muss sagen, Mia redet mit mir sowieso nicht so viel. Also, ist das für mich nichts Neues. Hm, aber irgendwie komisch ist das schon. Und in den letzten Tagen redet sie echt wenig. Ist wohl irgendwas vorgefallen? Hm, kann sein, kann sein. Aber ich denke eher nicht. Wir können sie ja sonst gleich mal fragen. Oh, oh, warte, warte, ich schieße den mal weg. Wo soll der denn hin, der Ball? Lass den Ball da liegen, aber ganz schnell. Oh, hey, sag mal, ist das nicht Mias Bruder? Vielleicht weiß der ja was. Äh, hey, sag mal, weißt du, was mit Mia los ist? Puh, was interessiert mich das, als ob ich so ein Erstklässler bin? Mann, ich bin in der vierten Klasse und jetzt lass den Ball. Pack den Ball nie wieder an, besonders du nicht. Hä, was hat der denn nicht? Oh, Mann. Warum ist der denn so schräg drauf? Der ist ja voll aggressiv. Der ist echt fief. Vielleicht redet ja Mia deswegen nicht mit uns. Hat sie irgendwas, hat der Bruder irgendwas gesagt? Ja, vielleicht hat der Bruder irgendwas gesagt. Mann, das könnte sein. Hey, Mia, Mia, warte mal, warte mal. Äh, Julian, sie wollte schon nach oben, also das kannst du ihr ja gleich sagen. Okay. Hm, komisch irgendwie heute alles, aber ich hab das Gefühl, bei mir stimmt irgendwas nicht und bei dem Bruder sowieso nicht. Naja, egal. Kommt, Leute, wir gehen zum Getränkeautomaten. Meine Mama hat mir heute ein bisschen Geld mitgegeben. Das reicht für uns alle. Ich hol uns allen die Milch. Oh, sieh mal an, wer da ist. Oh, Mias Bruder schon wieder. Tja, Pech gehabt. Das war das letzte Getränke aus diesem Getränkeautomaten. Na, wollt ihr jetzt heulen, ihr Erstklässler? Boah, der ist ja echt fies. Ich weiß gar nicht, warum. Kommt, begehen einfach. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Sag mal, was ist eigentlich dein Problem, ha? Warum machst du das? Okay, du bist in der vierten Klasse, du bist älter, aber warum bist du so fies? Wir kennen doch deine Schwester. Mann, das interessiert mich nicht. Gerade bei dir, Julian, was ich über dich alles gehört habe. Also, bleib mir bloß fern. Gibt's hier etwa ein Problem? Nee, nee, es gibt kein Problem. Die Erstklässler wollten jetzt gerade gehen, oder? Los, verschwindet jetzt. Also, ich verstehe das nicht. Warum der so drauf ist? Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum meint der gerade mich? Ich hab doch mir ja gar nichts angetan. Ich muss mich ablenken. Lass mal hier auf das Karussell. Ist mir jetzt egal. Hier auf dem Spielplatz. Ab auf dem Spielplatz. Genau. Und, wer dreht jetzt? Also, ich nicht. Ja, dann bleib ich ja nur noch über. Ist gut, ist gut. Ich geb ein bisschen Anzwung. Oh, oh. Was seid ihr denn? Sieh mal eine an, wer auf dem Karussell ist. Oh, das gibt's doch nicht. Hey, Steve. Schneller, schneller, schneller. Ja, so sind wir doch gar nicht schwindelig. Ja, ich geb mich nur Mühe, aber ihr seid doch nicht gerade leicht. So, jetzt sind wir hier drauf. Hey. Verschwindet. Hey, was sagt das? Sagst du das? Nein, nein, nein. So läuft das hier aber auf dem Spielplatz nicht. Wir sind jetzt erst dran. Hey, gerade so solltest du richtig still sein. Ja, Julian, ey. Ach, ist das dieser Julian, von dem du mir erzählt hast? Oh, gibt's ja nicht. Wie, wie? Du hast was von mir erzählt. Was hab ich denn gemacht? Boah, der ist ja echt noch hässlicher, als du mir erzählt hast. Habt ihr doch gesagt, ne? Wer ist hier hässlich? Gibt ja gar nicht. Ach, Julian, komm einfach. Lass dich nicht ärgern. Die sind blöd. Hey, kann jemand das Karussell mal anhalten? Ich komm mir nicht runter, weil mir ist mega schwindelig. Ja, ich hab gesagt, du bist hässlich. Hast du was dagegen, oder was? Hä, wer erzählt denn sowas? Also, hat das mir erzählt? Nein, ne? Hey, hey, Jungs, Jungs, ich bin jetzt da. Oh, endlich. Oh, Julian, hey, endlich bist du da. Super. Oh, ach so, ich versteh schon. Die sind mit dem großen Julian befreit. Okay, jetzt macht alles Sinn. Ach, du schon hier? Lass mich raten, lass mich raten. Du hast wieder die fünfte und sechste Stunde geschwänzt bei euch auf der Schule, ja? Oh, Mann, Schuleschwänzen ist sowas von witzig. Oh, oh, und wie ich sehen kann, ist der Julian ja auch schon wieder hier. Ich hab doch gesagt, der ist hässlich. Oh, hey, hey, wo ist der Julian? Aber du bist hier nicht auf der Schule, oder? Hat dich doch nicht zu interessieren, hä? Hat dich nicht zu interessieren. An deiner Stelle würde ich den großen Julian mal in Ruhe lassen. Das ist unser Freund, mein bester Freund, damit das klar ist. Und all das, was er mir über dich erzählt hat. Mann, du bist ja ein richtiger Loser. Das stimmt überhaupt nicht. Julian ist kein Loser. Der ist der coolste Junge überhaupt. Ihr seid Loser. Sarah, Sarah, lass es, lass es. Also, wenn der große Julian dabei ist, das lohnt sich sowieso nicht. Der versteht, also, der kann nicht richtig reden. Und wenn er redet, dann versteht er nicht, was er sagt. Deswegen lass es am besten. Sieh mal einer an, da haut der kleine Julian ab. War ja klar, wie du erzählt hast, ein richtiger Angstdase ist das. Und Mario, der ist mit deiner kleinen Schwester befreundet? Oh, Mann, was für ein Loser. Tja, das hab ich euch schon so oft gesagt, dass das ein richtiger Loser ist, dieser Kleine. War ja schon in der Kita und ist ja in der Schule auch. Junger Mann, junger Mann, kann ich dich mal sprechen? Du bist aber nicht hier von der Schule. Was machst du hier auf dem Schulgelände? Oh, oh, Herr Chillig, das ist mein bester Freund, der Julian. Der kommt vielleicht auf diese Schule. Tja, nicht, dass ich wüsste. Und er ist ja noch nicht auf der Schule. Also, bitte weg hier. Geh auf deine eigene Schule. Also, was machst du hier überhaupt? Hast du gerade nicht Unterricht oder so? War ja klar, dass ich hier weggeschickt werde. War bestimmt der Julian. Hey, hast du mich gepetzt? Was für eine Petzel. Ja, das war bestimmt er. Petzel, Petzel. Hä, was? Wartet mal, wartet mal. Wie soll das überhaupt gehen? Ich wusste nicht, dass der große Julian hierhin kommt. Wir waren gerade ein paar Sekunden zusammen. Ich hab den Herrn Chillig nicht gesehen. Wie soll das gehen? Das ist gar nicht logisch. Junger Mann, junger Mann, du gehst jetzt hier mal bitte weg. Mario, Mario, ich sag dir, das war dieser Julian. Du musst mich rächen auf jeden Fall. Sag jetzt, sag jetzt. Machst du das? Nützt dir Ärger? Hey, sag mal. Ich will keinen Ärger. Lass mich einfach in Ruhe. Hey, Jungs, Jungs, was wird das da? Lass das schubsen. Hey, ist schon okay, ist schon okay, actually. Wenn ich dich mal nach der Schule irgendwo sehe, dann sollst du richtig vorsichtig sein. Also, ich verstehe nur noch Bahnhof. Ich weiß gar nicht, was hier auf dieser Schule los ist. Ach, Julian, lass doch einfach. Alle, die mit dem großen Julian abhängen, die sind richtig komisch drauf. Lass dich nicht ärgern. Nö, lass ich mich auch nicht. Aber ich muss mal langsam mit Mia reden. Was ist denn da los? Vielleicht kann sie mir ja helfen mit dem Bruder. Nein, Dave, ich hab dich viel lieber. Bis zum Mond und zurück. Kinder, kommt ihr dann? Wir wollen los. Julian, Hannah. Nein, ich immer einmal mehr als du, Dave. Ich hab dich immer lieber. Oh, Papa, aber warum denn jetzt? Ich war bei Subway Surfers soweit. Oh, toll. Julian, Hannah, hey, ist dir Zeit. Na, nee, ich muss jetzt noch eine Runde spielen. Ich muss jetzt Subway Surfers. Ich muss den Highscore knacken. Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Das war doch gar nicht geplant. Der hätte mir einen Tag vorher Bescheid geben müssen. Dann hätte ich in meinen Terminkalender geschaut und ihm gesagt, nö, das wird heute nicht. Leg du zuerst auf, Dave. Nein, du. Nein, du. Oh nein, ich hab's ja ganz vergessen. Papa will doch bestimmt mit uns in den Aquapark. Aber selbstverständlich. Wo denn sonst? Ich hab ja auch keine Lust, aber es muss sein. Soll ich jetzt die Kinder wirklich zum dritten Mal schon rufen? Hey, Papa, ich bin schon da. Badehose hab ich auch schon an. Ab in den Aquapark. Was? Aquapark? Nee, 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 Julian. Da hast du was falsch verstanden. Julian, ich würde jetzt auch liebend gerne in den Aquapark gehen, auch wenn das Wetter ein bisschen kühl geworden ist. Aber das ist ja nicht so wichtig. Lieber das, als jetzt zu machen, Schnösel. Die hat uns eingeladen und ich konnte nicht Nein sagen. Also geht's nicht in den Aquapark, okay. Und zur Familie Schnösel gehe ich ganz bestimmt nicht jetzt mit meiner Badehose. Dann heißt es wieder, oh, ihr habt doch bestimmt kein Geld, um euch Klamotten zu sagen. Wir haben Geld und das reicht doch. Dave, ich hab's jetzt schon hundertmal gesagt. Leg du zuerst auf. Hey, Hannah, also du brauchst dir deine Badeklamotten heute nicht anziehen. Wir gehen doch nicht in den Aquapark. Wir gehen zur Familie Schnösel. Wobei, das wusstest du ja gar nicht. Und jetzt leg auf, Papa wartet schon auf uns. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat Dave einfach aufgelegt. Einfach so. Mann. Und was? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Wir gehen in den Aquapark. Soll das wieder ein Scherz sein? Ich kann doch nicht mit meinem gebrochenen Bein. Hannah, sag mal, hast du nicht gelernt, in der Schule zuzuhören? Also wir gehen nicht in den Aquapark. Du brauchst deine Badeklamotten nicht anzuziehen. Wir gehen jetzt zur Familie Schnösel. Beeil dich. Ach, nö. Zur Familie Schnösel. Ach, Tante Maren, Onkel Mike. Oh nein. Und hoffentlich ist Tessa nicht da. Kinder, es tut mir wirklich leid, aber es muss sein. Also, Tante Maren hat auch bei Mama in der Kur angerufen. Und dann hat Mama hier angerufen und meinte, dass wir da auf jeden Fall hin müssen. Warum auch immer. Naja, vielleicht haben wir ja Glück und die haben Cajewing bestellt oder so. Vielleicht gibt es was Leckeres zu essen. Hoffe ich doch. Ach, Martin. Ach, hallo Hannah. Hallo Julian. Herzlich willkommen. Ich hab auch ein paar Kleinigkeiten zu essen vorbereitet. Also ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Kleinigkeiten? Also der Tisch? Also kann der das überhaupt aushalten? Ach, und Julian, du bist jetzt ja Schulkind. Wie ist es denn so in der Schule? Ich hab mich noch gar nicht gefragt. Kommst du gut zurecht? Äh, ja, also Schule ist ganz cool. Wobei beim letzten Mal gab es so eine Strafe. Aber sonst ist eigentlich... Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber warum ist Tante Maren so nett zu mir? Hm. Du hast doch irgendwas faul. Ach, und Hannah, Schätzchen, du hast ja das Bein gebrochen. Was ist denn da passiert? Ja, das ist in der Schule passiert. Da gab es einen Unfall. Ach, einen Unfall in der Schule? Kann man da nicht jemanden verklagen? Äh, jemanden verklagen? Das war ein anderes Kind. Und ich meine, in der Schule passieren halt Unfälle. Also jemanden verklagen? Nee, das hätten wir eigentlich nicht vormachen. Ach, naja. Dann pehrt jetzt nur noch der Rest der Familie Schnösel. Äh, kommt ja alle Kinder. Besuch ist da. Hallo Leute. Familie Schnösel. Ich bin jetzt wieder da. Der Papa ist da. Maren, was wollen die denn hier? Familie Vogel bei uns zu Hause. Warum denn? Äh, also wir sind doch nicht freiwillig hier. Also Onkel Mike, wenn du uns hier nicht haben willst, dann gehen wir auch ganz schnell wieder. Aber sowas von schnell. Also da hätte ich kein Problem mit. Mike, du weißt doch, äh, du weißt doch, was ich will. Also ihr seid alle herzlich willkommen. Kinder, Isabel, Tessa, Nils, kommt ihr? Mutter, ich habe dir häufiger gesagt, dass ich kein Interesse daran habe, zusammen mit Familie Vogel zu essen. Und im Übrigen, Tessa wird nicht kommen. Ich habe eben beobachtet, wie sie das Haus verlassen hat. Auch sie hatte kein Interesse, mit Familie Vogel zu essen. Und Mutter, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte auch nicht mit Familie Vogel speisen. Also nicht heute. Hallo Familie Schnösel. Bitte reißt euch zusammen. Ihr wisst, was ich will. Martin, setz dich doch. Ihr seid herzlich willkommen bei uns. Also ihr seid ja immer herzlich willkommen. Das weißt du ja. Also das verstehe ich nicht. Tante Maren war noch nie so nett zu uns. Und gerade letztens beim Sprungturnier, da wollte sie doch unbedingt das Nils gewinnen und ich nicht. Also irgendwie komisch ist sie schon. Hallo Julian, du bist auf meinem Stammplatz. Das möchte ich nicht. Bitte verlass den Platz. Also tut mir leid, aber ist dieser Babystuhl da vorne nichts für dich? Also ich wollte mich eigentlich da nicht reinsetzen. Ich passe da sowieso nicht rein. Julian, soll das eine Beleidigung sein? Ich bin Kita-Kind. Das müsstest du eigentlich wissen. Ich bin in der gleichen Gruppe wie deine jüngere Schwester. Ich bin kein Baby mehr. Ich sitze nicht in einem Babystuhl. Merkt ihr das? Ja gut, ja gut. Was ist denn heute mit euch allen los? Dann setze ich mich halt woanders hin. Darum möchte ich auch bitten. Das ist wirklich unverschämt, auf meinem Stammplatz zu sitzen. Also weg da. Hier ist doch jetzt gut, oder? Sag bitte. Äh, nein, tut mir leid Julian. Also normalerweise sitze ich da. Nils Schnösel, das ist mein Platz. Äh, Nils, Nils. Also bitte, du weißt, was deine Mutter heute fährt. Nimm doch einfach heute den Babystuhl, hä? Vater! Also das ist ja die absolute Höhe hier heute. Ein Nilschnösel hier in diesem Hochstuhl hier. Also bitte! Äh, naja, dann essen wir jetzt erstmal. Also lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Ihr könnt gerne so viel essen, wie ihr möchtet. Äh, ja, okay, danke. Hannah, äh, es würde mich mal interessieren, wie das mit deinem Bein passiert ist. Ich bin in der Schule die Treppe runtergefallen. War echt eine blöde Situation und hat ziemlich wehgetan. Wie blöd muss man eigentlich sein, eine Treppe herunterzufallen? Als, als großes Kind. Also du bist doch kein Baby mehr. Also sowas kann eigentlich nur wie der Familie Vogel passieren. Typisch. Oh man, ja, dankeschön. Typisch Familie Vogel. Als ob. Also, ich hätte jetzt mal was zu sagen. Also, es hat ja auch einen Grund, weshalb wir uns heute hier versammelt haben. Ich wusste es doch. Irgendwas hat sie doch vor. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich möchte für die nächste Bürgermeisterwahl hier in Playmobil City kandidieren. Und naja, ich sag's nicht gerne, aber ihr seid nun mal eine einflussreiche Familie hier in Playmobil City. Ich brauch dringend eure Hilfe, Familie Vogel. Ihr müsst mich überall bekannt machen und mir helfen. Ich will auf jeden Fall diese Wahl gewinnen. Wie bitte? Du möchtest Bürgermeisterin von Playmobil City werden? Hier in diesem Leben noch, oder wie? Ja, ich bin eine einflussreiche Frau. Ich bin sehr intelligent. Also, das ist genau das Richtige für mich. Oh, da hab ich aber was verpasst. Tante Maren ist intelligent. Auf welcher Welt denn? Tja, das war ja klar. Sich erst hier den Bauch vollschlagen und dann mir nicht helfen wollen. Ihr seid einfach unverschämt. Familie Vogel ist unverschämt. Das war ja klar. Kinder, ihr wisst, warum wir jetzt hier waren heute, ne? Tante Maren möchte anscheinend ein bisschen was von uns haben. Oh, ihr seid so geizig. Ihr wollt nichts von eurem Ruhm abgeben. Dann geht doch. Maren, hab ich's dir nicht gesagt. Ich hab's dir gestern Abend auch gesagt. Auf Familie Vogel kann man einfach nicht zählen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, Mutter und Vater, also, wenn ich mit Julian und den anderen in Verbindung gebracht werde, hier, dann weiß ich nicht. Also, ich bin ein Schnösel, kein Vogel. Nur weil letztens hier diese Sprung-Tournemer bei uns stattgefunden hat und im Fernsehen übertragen wurde, heißt das nicht, wir sind super berühmt. Also, wer kennt denn bitte Familie Vogel? Übertreib es mal nicht. Und uns deswegen hier einzuladen unter diesem Vorwand, hätte ich von dir nicht gedacht. Kinder, los, wir gehen jetzt. Wir haben noch was anderes vor. So, macht's gut. Oh, warte, was anderes? Ab in den Aquapark! Oh, Papa, du hattest jetzt eigentlich versprochen, dass wir in den Aquapark gehen. Julia, nein, das habe ich dir nicht versprochen. Also, nein. Und außerdem ist es ein bisschen kalt und sowieso viel zu spät. Okay, also, Papa, du hast eben im Auto noch gesagt, Julian, Hannah, wir gehen jetzt gleich in den Aquapark. Äh, Julian, ich war doch auch mit im Auto. Das hat Papa nicht gesagt. Oh, doch, oh, doch. Denkst du, das habe ich mir eingebildet? Nur weil ich jetzt unbedingt in den Aquapark will, denkst du, da habe ich mir das jetzt nur ausgedacht? Oh, Mann, oh, Mann. Äh, Julian, ich wäre mal vorsichtig. So viel wie du lügst, bekommst du bestimmt eine lange Pinocchio-Nase. Warte mal, warte mal. Wie? Das stimmt doch nicht wirklich, oder? Eine lange Nase, weil man lügt? Niemals. Hm, also, da müsste ich ja schon eine ganz, ganz lange Nase haben. Die würde ja kilometerlang sein, aber, ne, weil ich lüge ja oft, also, das muss ich ja zugeben, aber ich sehe nichts. Also, ich kann es ja mal testen, also, ob meine Nase jetzt lang wird. Ich lüge jetzt einfach mal. Julian, du bist nicht cool. Hä? Hä? Meine Nase bleibt so, also. Pff, so ein Quatsch, als ob ich das glaube. Oh, Mann, das war schon ein anstrengender Tag heute bei Familie Schnösel. Jetzt werde ich erst mal ein bisschen lesen in dem tollen Pferdebuch, das ich von Philipp bekommen habe. Pff, war das wieder anstrengend bei Familie Schnösel. Oh, ich muss mich jetzt erst mal ein bisschen ausruhen. Hm, wo ist denn Papa? Papa, ich will unbedingt ein Eis und er darf mich natürlich nicht erwischen. Oh, wobei, nein, 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 ich habe eine viel bessere Idee. Äh, du, Papa, also ich brauche ganz dringend ein Eis, weil ich habe Halsschmerzen. Och, Julian, ja, dann nimm dir doch einfach ein Eis. Ha, da war schon wieder die erste Lüge und nichts ist passiert. Oh, super, das schmeckt so lecker, dieses Eis, ich liebe das. Und jetzt heißt es wieder Subway Service. Oh, da hat es ja geklingelt. Oh, hey, ist deine Schwester da? Ist Hannah da? Ich wollte sie besuchen. Ja, die ist oben. Oh, Mann, ist das dein Eis? Sieht ja lecker aus. Ja, natürlich ist das meins. Und tut mir leid, wir haben leider keins mehr über. Nächste Lüge. Ach, schade, also so ein Eis hätte ich jetzt echt gut essen können, ey. Oh, oh, wobei, Philipp, Philipp, warte mal, warte mal, ich wollte dir noch was erzählen. Äh, du willst mir was erzählen? Ja, gut, okay, ich höre. Also, die Hannah, ne, also meine Schwester, die erzählt immer, dass du der coolste Junge auf der Schule bist. Viel cooler als Dave, wirklich. Also, diese Lüge war mal richtig gut. Also, Hannah, die schwemmt ja nur von Dave. Oh, ist das dein Ernst? Das hat Hannah über mich gesagt. Irgendwie freue ich mich. Danke. Dann gehe ich mal nach oben und, Julian, das hat sie wirklich gesagt? Aber, aber natürlich glaubst du mir etwa nicht. Guck mir mal in dieses, guck mal in dieses Gesicht hier. Sieht das so aus, als würde es lügen? Nein, also. Ach, das heißt ja wirklich, dass Hannah mich wirklich mag oder noch mehr als ich dachte. Oh, heute lügt es sich echt einfach. Jetzt erst mal mein Eis genießen. Hey, Hannah, ich wollte dich mal besuchen. Ich war gerade in der Gegend und wollte mal gucken, wie es dir geht. Oh, hey, Philipp. Damit habe ich ja wirklich gar nicht gerechnet. Ich bin gerade am Lesen. Ich lese das Pferdebuch. Oh, super. Freut mich also, dass es dir gefällt, dieses Pferdefreundebuch. Ja, ich liebe Pferde. Echt cool, dass du das wusstest, dass ich Pferde so gerne mag. Also, ich mag große Pferde, kleine Pferde, Pferdehof und Ponys. Ja, ich mag auch Pferde. Eigentlich gar nicht, aber gut, was soll ich sonst sagen? Oh Mann, oh Mann, hat das gut getan. Ich glaube, dieser 30 Minuten Powernap war richtig gut. Äh, Julian, sag mal, du bist immer noch am Eis essen. Ist das immer noch das Gleiche? Ja, Papa, natürlich. Also bitte, ich genieße es. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt hier so zwei, drei Eis hier holen würde. Also bitte, also das weiß ich auch. Naja, ob ich das so ganz glauben kann, aber Gegenteil kann ich auch nicht beweisen. Sag mal, Julian, hast du keine Hausaufgaben auf? Du bist doch in der Schule. Also meine Hausaufgabe ist, dass ich heute den ganzen Tag vorm Fernseh sitze und Eis. Also wirklich, wirklich, das hat meine Lehrerin gesagt. Also das ist ja eine echt komische Lehrerin. Naja, vielleicht sollte ich mal mit ihr reden, bei Elternsprechtag oder sowas. Du, also Hanna, du magst ja Pferde, ne? Also magst du sonst noch irgendwas oder vielleicht irgendjemanden? Na klar, ich mag ganz viel. Ich mag Süßigkeiten. Ich mag Hunde und Katzen. Mein Kaninchen Pia. Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich weiß ja nicht. Vielleicht, so, vielleicht magst du ja einen Jungen ganz besonders gerne. Klar, Dave. Okay. Also langsam reicht's mir mit dem Eisessen. Dass ich das mal sagen würde, hätte ich niemals gedacht. Ich glaube, ich gehe nach oben ein bisschen Skateboard fahren oder so. Alright, Tim, move it, move it. Hier kommt der Julian. Naja gut, ich bin dann auch wieder weg. Also ich wollte wirklich nur kurz vorbeischauen. Mach's gut. Danke, Philipp, dass du da warst. Das ist echt super nett von dir. Du bist ein ganz toller Freund. Wow, Julia, was machst du denn da? Du fährst ja wirklich Skateboard. Aber natürlich. Also ich fahre auch super gerne Skateboard. Darf ich vielleicht mal? Nope, das geht leider nicht. Also das ist so eine Sonderanfertigung. Also nur ich kann damit fahren. Also wirklich nur ich, sonst geht's kaputt. Hat der Hersteller mir gesagt. Sonst hättest du natürlich sehr, sehr gerne mit diesem Ding fahren können. Also so einer bin ich ja nicht. Oh, es gibt sogar so Sonderspezialanfertigungen? Das wusste ich ja gar nicht. Muss ich mich mal schlau machen. Äh, Julian, junger Mann, was wird das hier? Du darfst hier nicht Skateboard fahren und das weißt du. Äh, also Papa, da muss ich dich kurz informieren. Mama, bevor sie zur Kur gefahren ist mit Emma, hat sie mir gesagt, Julian, also wo ich jetzt nicht da bin, da darfst du auch gerne ein Skateboard fahren und danach noch mi, 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 was sie sonst auch immer macht. Also das war wirklich so. Gut, das hat deine Mutter dir gesagt? Gut, aber ist nur eine Ausnahme. Oh, klasse, das macht ja richtig Spaß zu lügen und ich komme überall durch. Das ist ja so, oh, was? Oh mein Gott, was ist das? Oh nein, oh nein, wie sieht meine Nase denn aus? Oh Gott. Oh, wie konnte das nur passieren? Oh, Hannah hatte doch recht mit dem ganzen Lügen und so. Oh nein. Hannah, wie konntest du nur? Und du bist daran schuld. Und guck dir meine Nase an, warum ist die so lang? Hä, Julian, was ist denn mit dir los? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin nur hier in meinem Zimmer gewesen und habe gelesen. Und Philipp war zu Besuch. Also du hast mir eben gesagt, wenn man lügt, dann kriegt man eine lange Nase. Und naja gut, vielleicht musste ich wirklich ein, zwei Mal so Notlügen rausholen. Wirklich, aber das war Notlügen. Und jetzt guck dir meine Nase an. Julian, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Ich glaube, das bildest du dir ein. Ich habe gerade in den Spiegel geguckt und meine Nase sieht einfach aus wie von einer Hexe. Ich sagte, die war so lang. Oder ist sie gerade? Ach, Julian, du glaubst auch alles. Das war doch nur ein Scherz. Das ist doch nur ein Märchen mit der langen Nase. Deine Nase sieht aus wie immer. Du siehst fast so aus, als hättest du gar keine Nase. Die ist klitzeklein. Aber gibst du, du hast wieder ganz, ganz viel gelogen. Wie, meine Nase ist klein? Wart mal, wart mal. Yo, stimmt. Oh, zum Glück. Ich glaube, ich habe mir das nur eingebildet. Oh, Gott sei Dank, ich sehe wieder ganz normal aus. Also meine Nase ist wieder so groß wie vorher. Oh, ich war echt nicht mehr der Kurzste. Oh, ich sollte nicht mehr so viel lügen. Dann passiert das noch und dann... Oh, nein. Papa, du, ich muss dich gerade kurz stören. Also ich muss dir jetzt was beichten. Und zwar, ich hatte zwei Eis. Ja, ich hatte auch noch ein Schokoladen-Eis. Das war mein zweites. Und unsere Lehrerin hat uns nicht gesagt, dass wir den ganzen Tag Eis essen sollen. Und im Fernsehen gucken sollen. Und auch Mama hat mir nicht gesagt, dass ich hier Skateboard fahren darf. Sie hat gesagt, wenn sie einmal hört, dass ich Skateboard fahren, kriege ich sowas von Ärger. Das tut mir leid, ich wollte nicht lügen. Julian, Julian. Also, ich wusste schon, dass du hier und da vielleicht mal gelogen hast. Aber gut, du hast ja jetzt zugegeben, dass es nicht so war. Ja, schön. Jetzt hast du wieder ein gutes Gewissen, Julian. Was? Um das Gewissen geht es mir gar nicht. Es ging um meine Nase. Ich hatte dann so eine lange Nase und das wollte ich nicht. Das hatte mir Anna erzählt, deswegen lüge ich jetzt nicht. Ach, das süß. Du mit deiner kleinen Stupsnase. Ersatz, eine lange Nase. So wie der Papa hier. Mhm, ist klar. Ja, genau, genau. Ich sah so aus wie du. Einfach nur furchtbar, Papa. Einfach nur furchtbar. Was soll das denn jetzt heißen, Julian? Also, so furchtbar dann auch nicht. Und außerdem, das sind Märchen. Das weißt du, ne? Mit der langen Nase. Oh, ich glaube, ich sollte doch jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Also, nur noch lügen, wenn es wirklich nicht anders geht. Zum Beispiel, wenn ich Minecraft spielen will oder an Eis oder Skateboard fahren will. Also, ich muss aber aufpassen. So, das war es dann mit Lesen und Schreiben. Die Stunde ist beendet. Ihr könnt raus in die Pause gehen. Alle raus. Komm, Julian, wir gehen raus auf den Pausenhof. Hey, pssst. Steve, Sarah, hier. Hallo. Hey. Ey, Julian, was hast du denn? Wir wollten doch in die Pause gehen. Große Pause. Komm mit. Aber wir müssen doch nicht hier mal rausgehen. Außerdem ist es ein bisschen kalt geworden. Wie wäre es denn, wenn wir heute mal im Schulgebäude bleiben? In der Klasse oder so? Oh, das ist ja gar keine schlechte Idee. Wir könnten uns ja hier verstecken und dann ein bisschen durch die Schule gehen, wenn keiner drin ist. Oh, da kommt Frau Diva. Seid ruhig, seid ruhig. Sie darf uns nicht bemerken. Oh, das kann ja wohl echt nicht sein. Die Schüler haben nicht bemerkt, dass ich wieder neues Shampoo benutzt habe und auch nicht, dass ich eine neue Klatsche habe. Wie kann man eine so wunderschöne Handtasche nicht bemerken? Das ist echt eine Unverschämtheit. Die haben echt alle keinen Sinn für Schönheit und für Mode ja sowieso nicht. Hä, was? Wer hat hier eine Klatsche? Also, ich verstehe das nicht. Ich glaube, die meinte ihre Handtasche. Aha. Habe ich nicht gemerkt, dass die neu ist. Die ist doch hässlich. Aber warum muss sie dir dann klatschen? Das verstehe ich nicht. Applausklatschen oder was? Naja, sie ist weg. Kommt, los. Los, hinter mir her. Hinter Julian her. Aber ganz, ganz leise. Hört ihr das? Hört ihr das? Oh nein. Ja, das kommt hier aus dem Raum. Ist das nicht das Büro von Herrn Schillig? Ja, ja, ja. Da ist Herr Schillig. Ich kann durch die Tür ein bisschen gucken. Was macht er denn da? Anna, meine Liebe. Ich würde die Pause so gerne mit dir verbringen. Aber jetzt liegst du zu Hause. Du trinkst deinen Pfefferminztee. Ohne mich. Oh, habt ihr das gehört? Also, der Herr Schillig, der vermisst der Frau Schillig richtig doll. Ja, ganz, ganz doll. Dabei wirkt er doch eigentlich immer so Schillig mäßig. Also, ich verstehe nicht, warum Herr Schillig so weinen muss. Ich vermisse zum Beispiel Frau Schillig nicht. Also, ich finde den Unterricht bei ihm viel besser. Was macht... Reiß dich zusammen. Kinder, was macht ihr denn hier? Oh. Es ist große Pause. Das heißt, ab alle raus. Ja, wir wollen gerade sowieso raus. Genau. Wir sind gerade auf die Klappe nach draußen. Ja, wir haben hier nur was gesucht. Naja, Leute. Das hat ja nicht so gut geklappt mit dem in der Pause drinnen bleiben. Das müssen wir ein anderes Mal nochmal versuchen. Hm, also, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen etwas versteckt. Hm, warum musst du uns ausgerechnet Herr Schillig erwischen? Und jetzt mussten wir rausgehen. Zum Glück haben wir keine Strafe bekommen. Also, ich glaube, wir haben da ein bisschen Glück, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Und mit ganz woanders meine ich Frau Schillig. Ja, sonst hätten wir richtig Ärger bekommen. Oh, das kann doch nicht sein. Habt ihr es gehört? Es hat schon wieder gesellt. Wir müssen wieder rein. Die große Pause ist vorbei. Hm, Julian, weißt du was? Ich mag irgendwie Herrn Schillig und der tut mir total leid, dass der jetzt immer so traurig ist. Vielleicht können wir irgendwie eine Überraschung oder so für ihn machen. Ja, stimmt. Du hast recht. Da müssen wir was tun. Und ich als Klassensprecher sage, wir werden jetzt Herrn Schillig ein bisschen aufmuntern. Ja, ich werde mein Bestes geben. Also, ich hoffe, das klappt. Und ich hoffe, er freut sich auch wirklich darüber. Hey, los, mach schnell, mach schnell. Der kommt gleich noch sonst. Beeil dich. Hm, Julian, wie schreibt man denn Schillig? Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt mit Sch, Sch. Oh, Mann, muss ich das jetzt wirklich buchstabieren? Dabei habe ich die Buchstaben doch gerade erst gelernt. Okay, ich glaube ein, äh, C, H, das ist so ein H, also C, H, I, H, I, und G. Ja, das ist der Hitschillig. Hey, beeindruckt euch, beeindruckt euch. Ich sehe es gleich wirklich jeden Moment da und dann gibt es Ärger. Wobei, ich kriege ja keinen Ärger. Also, lasst euch zu euch. Aber wir machen das doch nicht, um Ärger zu bekommen. Also, wir wollen, dass er sich freut. Ja, und nicht mehr weint. Upsi, da ist er ja schon. Ähm, ich bin nur hier vorne, um die Tafel zu putzen. Ich habe da nichts dran geschrieben. Sehr vorbildlich, Sarah. Mhm, äh, danke, dass du die Tafel geputzt hast. Dann kannst du dich jetzt auch wieder hinsetzen. Ja, habe ich gerne gemacht. Guten Morgen, Kinder. Ja, wie ihr sehen könnt, muss ich euch noch vertreten, weil Frau Schillig, ach, reiß dich zusammen, noch krank ist. Sie hat mich heute Morgen angerufen und gesagt, dass es ihr etwas besser geht, aber wahrscheinlich noch bis Montag braucht. Aber, naja, gut, machen wir weiter. So, wer von euch hat denn jetzt, oder möchte hier die Hausaufgaben an der Tafel vorstellen? Julian, los, los, mach du das doch. Du bist doch voll das, Mathe-Sinni. Und außerdem, ich habe die Hausaufgaben nicht. Dann fragt er mich gleich. Oh Mann, Steve, das war doch voll einfach. Ach, warum hast du das denn nicht gemacht? Und ich war letztes Mal schon an der Tafel, ich will nicht noch mal nach vorne. Langsam reicht's. Na ja, gut, ich schreibe erst mal die Aufgaben dran und dann wird sich bestimmt der eine oder andere noch melden. Hm? Ach, Kinder, also so schwer war das nicht, ne? Also bitte, stellt euch nicht an. Wer möchte nach vorne? Hm, eigentlich wollte ich jetzt nicht nach vorne gehen, weil, falls ihr das gleich mit der Tafel merkt, dann will ich lieber ein paar Meter weg sein. Aber, naja, vielleicht sollte ich mich melden. Hm, Herr Schillig hier, ich kann das machen. Ich habe die Aufgabe A gemacht. Ach, Sarah, also heute bist du wirklich sehr, sehr gut dabei. Das gefällt mir richtig gut. Erst die Tafel putzen und jetzt soll er die Hausaufgaben hier vorstellen an der Tafel. Mach weiter so. Ach, und zum Glück gibt es bei dieser Aufgabe keine 5 dabei, weil das ist ja die Lieblingszahl von, von Anna. Oh, Sarah, bitte mach. Also, bei der ersten Aufgabe 4 plus 4 plus 4 habe ich 12 raus und bei der zweiten 2 plus 2 plus 2 habe ich 6 raus und 3 plus 3 plus 3 ist, glaube ich, gleich 9. Ja, sehr schön. Hast du doch sehr gut gemacht. Kannst dich auch wieder hinsetzen. Na gut, dann machen wir weiter. 6b kommt jetzt. Oh, hey, hey, Leute, gleich dreht Herr Schillig noch die Tafel um und dann, dann kann er die Überraschung sehen. So, dafür benutze ich mal die andere Seite gerade. Oh nein, oh nein. Wer hat hier dieses Bild von Frau Schillig hierhin gemalt? Hä, wer war das? Also, was soll das? Hä? Frau Schillig ist so eine hübsche Frau und wer hat sie hier so verunschaltet auf dieser Tafel? Wer war das nur? Wer macht so was Grässliches nur? Und, und, vielen Dank jetzt. Jetzt muss ich schon wieder an sie denken. Oh, Anna. Oh, wie hässlich. Oh Mann, wie hässlich ist dieses Bild denn? Also, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich finde, Sarah hat das echt gut, echt gut gemalt. Also, das ist doch Frau Schillig. Ich sehe da Frau Schillig, wie im Spiegelbild. Also, sie wollten doch nur nett sein. Oh, Herr Schillig, komm, seien Sie nicht so traurig. Stehen Sie schon auf. Anna, lass mich. Julia, warst du das etwa? Hast du dieses Bild gemalt? Das ist, das ist nicht schön. Äh, also, wenn Sie jetzt schon so fragen, nee, gemalt habe ich das nicht. Also, Kinder, wer war das? Hä, wer war das? Ich finde das nicht in Ordnung, einfach meine Frau hier so, so auf dieser Tafel zu malen. Das ist doch nicht schön. Ich wische es sofort weg. Also, also, das grenzt ja schon an Mobbing hier, was ihr macht. Also, wie könnt ihr meine Frau nur mobben? Aber, Herr Schillig, das Bild ist total lustig. Haha, wir hatten das gemalt. Ja, wenn ich das mal wüsste, wenn ich das noch rausfinde hier, also, dann gibt es mal richtig Ärger. Oh, oh, ich glaube, das ist voll nach hinten losgegangen. So haben wir das aber nicht gedacht. Ja, Herr Schillig ist sogar einfach aus dem Klassenraum gelaufen. Also, das war nicht der Plan. Nicht, dass wir noch eine Schlafe bekommen jetzt. Ey, dabei wollten wir doch eigentlich nur nett sein und keine Mobber. Also, sowas macht man doch nicht. Also, noch nicht. Also, wir nicht. Oh, Mann, ich habe langsam so die Nase voll von diesem blöden Gipsbein und dieser Krücke. Hoffentlich kommt das morgen ab, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Hallo, hey, hier ist die Schrittgeschwindigkeit. Schneller, schneller. Ich muss zur Schule. Ich komme noch zu spät wegen dir, du Schildkröte. Oh, hey, pass bloß auf. Du bist echt spieß, Julian. Hey, nicht mit der Krücke. Weißt du was, Hanna? Ich hoffe, du bekommst morgen wirklich diesen Gips ab, weil langsam habe ich echt die Faxen-Dicke hier. Ich muss dich immer betreuen und nett zu dir sein. Das geht so nicht. Du hast die Faxen-Dicke? Was soll ich denn sagen? Frag mich mal. Ich habe sowas von die Faxen-Dicke. Hallöchen, guten Morgen, ihr beide. Julian, wo willst du denn hin? Ich habe meine Spiegeleier gemacht und diesmal sind die Eier nicht abgelaufen, versprochen. Papa, möchtest du jetzt, dass ich die Polizei rufe wegen deinen Spiegeleiern? Also bitte, lass es. Das ist doch Körperverletzung. Julian, das ist ja... Das war fies. Naja, nimm den Apfel dann mit. Bis später. Viel Spaß in der Schule. Ach, guten Morgen, Hanna. Na, was möchtest du denn frühstücken? Gar nichts, Papa. Ich habe einfach keine Zeit, bis ich bei der Bushaltestelle bin. Das dauert wieder 100 Stunden. Habe ich jetzt diese Spiegeleier hier umsonst gemacht? Toll. Naja, wobei, ich kann sie ja erst... Oh, das Telefon klingelt. Ach, wer ruft denn so früh am Morgen an? Es ist gerade mal kurz vor 8. Ach so, bitte. Ach, hallo, Claudia, Schatz. Ja, natürlich. Ja, wir sind schon wach. Ja, ich habe die Kinder schon zur Schule geschickt. Ihr seid am Montag wieder zurück? Oh, endlich. Endlich. Oh, wieso denn? Oh, nein. Oh, wir wollten doch nur Sonntag zum Aquapark kurz. Oh, bitte, Schatz. Oh, ja, gut. Nur weil das Wetter ein bisschen kühler ist. Ja, bis Montag. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hanna hat ihr Pausenbrot vergessen. Was? Nein, nein, nein. Schatz, sie hat alles dabei. Ich lege jetzt auf. Oh, nein. War ja klar. Und gerade heute hat sie sieben Stunden in der Schule. Ohne Pausenbrot kommt sie gar nicht klar. Oh, nein. Die Stunde hat schon angefangen. Und wie leer die Schule einfach mal ist. Also, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also, das ist echt lange her, dass ich mal in dieser Schule, also, in solch einer Schule war. Also, und so leer. Also, echt toll. Und wahrscheinlich ist das Klo jetzt auch frei. Oh, der Typ, der sieht ja aus wie ich. Oder bilde ich mir das nur ein? Na, egal. Ich muss jetzt aufs Klo. Oh. Boah. Boah, wer war das denn hier? Boah. Boah. Also, nein. In meiner 30-jährigen Karriere als Lehrer ist mir das noch nie passiert. Ich bin zu spät und das zur ersten Stunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich musste da ganz schnell wieder raus. Naja, wo ist denn jetzt Hannas Klasse eigentlich? Ah, hallo, Herr Grob. Können Sie mir vielleicht sagen, wo Hanna Vogels Klasse ist? Sie hat ihr Pausenbrot vergessen und ich würde ihr das gerne vorbeibringen. Also, ich glaube, ich kriege zu viel. Junger Mann, warum bist du denn zu spät? Also, wenn der Lehrer zu spät kommt, ist das nicht schön. Aber wenn Schüler nicht pünktlich da sind, dann ist das noch schlimmer. Äh, wie? Nein, ich bin nicht zu spät. Also, wie? Schüler, hä? Also, du bist doch bei mir in der Klasse. Ja, ja, natürlich. Ich erkenne das Oberteil wieder und die Haare. Ab in die Klasse mit dir. Unfassbar. Hä, was? Herr Grob, ich bin doch kein Schüler von Ihnen und... Also, das verstehe ich gerade nicht. Ich bin eine erwachsene Person. Ja, ja. Erzähl das meinem Anwalt. Du wolltest doch bestimmt die Stunde schwänzen. Nee, nee, nee. Dieses Jahr nicht, junger Mann. Beim letzten Jahr hat das vielleicht geklappt, aber nicht in der neunten Klasse. So, guten Morgen, liebe Kinder. Und guck mal, wen ich hier gefunden habe. Ja, den kennen wir. Hä? Nein, den kennen wir nicht. Wer ist das denn? So, ab auf deinen Platz und ich möchte nicht, dass das nochmal passiert, damit das klar ist, junger Mann. Also, ich verstehe hier nur Bahnhof, aber irgendwie macht der Herr Grob mir Angst und das schon seitdem ich hier auf der Schule war. Oh Mann, wer bist du denn jetzt? Du gehörst gar nicht in diese Klasse. Also, wie oft bist du denn sitzen geblieben, hä? Also, ich bin nur einmal sitzen geblieben, aber das ist schon Jahre her. Also, ich bin nicht eigentlich in der Schule. Ich verstehe es auch nicht, aber Herr Grob macht mir Angst. Oh Mann, naja, gut. Okay, Herr Grob macht mir auch Angst. Naja, dann bleibt mal sitzen. Hey, ihr beiden, also bitte, erst zu spät kommen und dann noch reden. Also, das gibt auf jeden Fall eine Strafaufgabe, mein Lieber. Ah, toll, danke, danke. Nur wegen dir. Oh Mann. Ich verstehe gar nicht, was ich hier mache und warum habe ich jetzt eine Strafaufgabe? Ich wollte doch einfach nur Pausenbrot für Hannah vorbeibringen. Mehr nicht? Ach Gott. So, da du ja zu spät gekommen bist, kannst du ja vielleicht mit den Hausaufgaben anfangen. Na, die siehst du auf deinem Laptop oder nicht? Also, das Thema. Ja, gut. Was ist das denn? Satz des Pythagos? Das kann ich nicht mehr. Ha, das war ja mal wieder klar. Also, in letzter Zeit, da sind deine Leistungen echt schwankend. Also, jetzt noch zu spät kommen. Also, ich glaube, ich muss mal mit deinen Älternen reden. Oh, bitte nicht. Bitte nicht, Herr Grob. Bitte nicht mit meinen Eltern. Martin, reiß dich zusammen. Du bist ein erwachsener Mann. Du gehst nicht mehr zur Schule. Also, ich verstehe nicht, was das hier soll. Du verstehst nicht, was das soll? Das ist hier der Ernst des Lebens. Du bist hier in der Schule, mein junger Mann. Du bereitest dich auf deine Zukunft vor. Du möchtest doch mal Polizist oder Feuerwehrmann werden. Ha? Das ist ja unfassbar, wie du dich benimmst. Also, du musst auch mal Verantwortung übernehmen. Wie ein Feuerwehrmann. Fällt mir gerade so ein. Warum auch immer. Oh Mann, Herr Grob hat echt nicht gemerkt, dass das kein Schüler von uns ist. Kein Mitschüler. Aber, naja, mir egal. Solange er nur drangenommen wird. Ich habe meine Hausaufgaben auch nicht. Hoffentlich merkt er das nicht. Also, tut mir leid, Herr Grob. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ha? Du willst gehen? Nee, nee, nee. Wenn du auf Klo musst. Okay, dann musst du mich in meine Erlaubnis fragen. Aber du bist sowieso schon zu spät gekommen. Auf Klo kannst du auch in der Pause. Du bleibst sitzen, mein junger Mann. Herr Grob, könnten wir mal bitte ganz kurz sprechen? Es gibt Probleme mit dem neuen Turnhallenboden. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Also, die Turnhalle ist doch gerade erst neu angebaut worden. Und jetzt gibt es schon Probleme mit dem Boden. Also, bitte. Herr Vogel, was machen Sie denn hier im Klassenraum? Herr Vogel? Also, ich kannte da mal einen Martin-Vogel. Ganz, ganz schlimmes Kind. Mit dem hatte ich nur Probleme. Ja, Herr Grob, das bin ich. Ich wollte wegen Hannah hier hin. Sie hat ihr Pausenbrot vergessen. Und, Herr Grob, ich bin kein Schüler mehr. Ja, natürlich sind Sie kein Schüler mehr. Was? Und Hannas Klasse ist das hier auch nicht. Sie sind Martin-Vogel? Also, wobei, doch, ich sehe die Ähnlichkeit. Naja, und dass Sie Ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, ja, das kenne ich auch noch von früher. Na gut, dann tut es mir leid. Also, ich bin in letzter Zeit ein bisschen durcheinander. Dieser Job macht mir echt zu schaffen. Und ich muss auch sagen, ich habe Sie mit einem Schüler verwechselt. Ja, ja, Sie sehen genau aus wie ein Schüler hier in der Klasse, in der 9. Klasse. Äh, okay. Ja, gut. Ich frage mich, wie der aussieht. Äh, naja, Herr Vogel, dann kommen Sie doch mal mit. Ja, danke. Hannah hat gerade Bio-Unterricht. Gut, dass Sie mich gerettet haben. Ich hatte die Hausaufgaben wirklich nicht. Na, da ist er doch. Da ist er doch. Zu spät. War ja klar. Ja, Herr Grob, also, ich habe meinen Bus verpasst. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe verschlafen. Ich habe gestern Abend die ganze Zeit Minecraft gezockt. Na, ich sage es doch. Äh, Herr Vogel, na, sehen Sie? Sie sehen sich wirklich ähnlich. Das Oberteil, die Haare. Also, da ist schon Ähnlichkeit da. Naja, gut, auch wenn er ein gestreiftes Oberteil hat. Und vielleicht auch die Haare, so wie ich, hat. Aber da ist immer noch die Körper größer. Also, der Typ ist, der Junge ist hier zwei Köpfe kleiner als ich. Ich verstehe es nicht. Was? Herr Grob, dem sehe ich in, also, wenn ich in 30 Jahren so aussehe, bitte nicht. Was soll das denn heißen? Ey, wir können uns auch gleich in der Pause treffen. Naja, ich bin kein Schüler mehr. Äh, ich gehe schon. Jetzt ist aber gut. Hinsetzen. Und Sie, Herr Vogel, Sie können jetzt auch zu Hannah gehen, wenn Sie möchten. Und dann bitte das Schuhgelände verlassen. Ja, ich möchte auch nicht länger hier bleiben. Herr Vogel, wo bleiben Sie denn? Jetzt kommt sie doch endlich. Oder wollen Sie wirklich noch ein paar Mathe-Stunden bei Herrn Grob nehmen? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Das waren die schlimmsten Stunden in meinem Leben. Also, Mathe bei Herrn Grob? Oh, das ist wie ein Schulalbtraum, sage ich euch. Oh Mann, ich freue mich so. Heute geht es zum Arzt und dann bekomme ich meinen Gips ab. Und was kann ich dann alles am Wochenende machen? So viele tolle Sachen vielleicht auf den Spielplatz. Ja, oder wir könnten ja vielleicht ins Einkaufszentrum. Da waren wir ja auch nicht mehr lange. Also, das wird richtig cool, sage ich dir. Endlich kein Gips mehr. Ja, am liebsten würde ich jetzt sofort ohne Krücke und ohne Gips rumlaufen. Och, das wäre so toll. Aber irgendwie tut das immer noch weh. Aber, naja, heute bekomme ich das hier ab und dann ist wieder alles gut. Oh, und Hannah, je nachdem wie das Wetter ist, könnten wir doch vielleicht wieder in den Aquapark. Also, du kannst damit ja jetzt auch wieder schwimmen. Oh Mann, Dave, du hast recht. Das wird so super. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich mich hier richtig, richtig freue, zum Arzt zu gehen. Kann ich verstehen. So, Hannah, bist du dann soweit? Dave, möchtest du vielleicht mitkommen? Der Termin ist ja jetzt in einer halben Stunde. Hey, stopp, stopp, stopp. Noch nicht los, noch nicht los, noch nicht los. Ich habe noch eine Ansage zu machen. Junge Mann, ich habe dir gesagt, hier im Haus wird nicht Skateboard gefahren. Oh, Papa, chillax, chillax. Du, Hannah, ich wollte dir eigentlich nur sagen, also, du bekommst ja heute deinen Gips ab und dann kannst du ja wieder alles machen. Das heißt, danach bin ich auch nicht mehr so nett zu dir. Ich mache gar nichts mehr für dich, damit das klar ist. Das war jetzt nur eine Ausnahme. Weißt du was, Julian, das ist mir sogar lieb. Was? Hauptsache, dieses blöde Ding geht endlich von meinem Fuß weg. Oh Mann, klasse, jetzt habe ich sogar eine Erlaubnis von dir. Also, das wird richtig cool. Ich habe schon einiges im Sinn und wenn Emma zurück ist, da kannst du dich auf einiges gefasst machen. Weißt du was, Julian, darauf freue ich mich sogar. Das wird klasse. Hauptsache, ich muss nicht mehr mit Gips rumlaufen. Oh, guck mal, Papa, das ist richtig voll. Meinst du, wir kommen schnell dran? Du, Hannah, Schatz, ich habe keine Ahnung. Also, so voll habe ich das hier auch nicht erwartet. Naja, ich melde uns mal an. Hannah Vogel, wegen der Abschlussuntersuchung hier. Ah ja, sehe ich hier. Hannah Vogel, wegen dem Bein. Wegen der Abschlussuntersuchung. Alles klar, gehen Sie doch schon mal Richtung Wartezimmer. Oh hey, da ist ja Sophia. Hey, Sophia, hey. Oh hey, Dave, hast du dich etwa auch verletzt? Was machst du denn hier? Oh nein, nein, ich habe mich nicht verletzt. Ich bin mit meiner Freundin Hannah hier. Und Tante Eva, du bist ja auch da. Ach, hallo Dave. Ja, wir sind heute hier, weil der Gips von deiner Cousine abkommt. Die hatte sich ja verletzt. Ja, ich war mal auf dem Fahrrad unterwegs. Und dann bin ich runtergefahren und habe mir die Hand gebrochen. Und ich hatte auch keinen Helm auf. So was Dummes, das mache ich nie wieder. Oh ja, da muss man vorsichtig sein. Also ohne Helm Fahrrad fahren, das geht eigentlich nicht. Naja, das ist Hannah, das ist meine Freundin. Und Hannah, das ist Sophia, meine Cousine. Oh hey, also wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich bekomme heute auch meinen Gips ab. Ist das nicht ein richtig cooler Tag heute? Ach, da sind ja meine beiden kranken schon. Sophia und Hannah. Oh, hallo Frau Doktor Gesund. Also Sophia, du kannst schon mal mit deiner Mutter in Raum 2 gehen. Ich komme sofort. Und du, Hannah, du kannst schon mal zum Röntgenraum gehen. Wir wollen doch gerade Bilder machen. Also einfach nach oben. Bilder machen? Ich hoffe keine Selfies. Ist natürlich nur ein Scherz. Ich weiß, was man da für Bilder macht. Komm Papa, komm Dave. Auch nach oben. So, Röntgenbilder sind gemacht. Wir kommen dann gleich mit den Ergebnissen. Ja, okay. Wir müssen doch hier warten. Ja, kein Problem. Wir warten dann hier. Kein Thema. Bis gleich. Oh Mann, nur noch ein paar Minuten. Dann bekomme ich endlich diesen Gips ab. Ich freue mich so. Und ich muss sagen, ich bin in einem echt schönen Zimmer hier gelandet. Hä, Hannah, du kannst doch vielleicht den Gips jetzt schon abnehmen. Ich meine, der kommt doch gleich sowieso ab. Oder, Herr Vogel? Ja, ich denke auch. Da spricht nichts gegen. Kannst du ruhig abnehmen, Hannah. Dann bist du frei. Oh Mann, endlich, endlich, endlich. Ich bin frei. Ja, herzlichen Glückwunsch, Hannah. Das fühlt sich richtig gut an. Obwohl, das darf ich zwar nicht laut sagen, aber das fühlt sich doch noch nicht so gut. Ohne Gips an. Das tut doch echt weh. Egal, ich sag's nicht laut, sondern das wird schon verheilen die nächsten Tage. Das wird schon. So, hallo, ich bin jetzt da und ich hab auch die Röntgenbilder dabei. Oh, klasse. Hey, Frau Gesund, kann ich jetzt gehen? Bitte, 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 ich will nach Hause. Ähm, nach Hause, also wie soll ich sagen? Herr Vogel, könnten Sie einmal kurz kommen? Ja, bitte. Was ist denn, gibt's Probleme mit der Krankenversicherung? Ja, die Karte ist abgelaufen, aber normalerweise klappt das sonst immer. Nein, es geht nicht um die Krankenversicherungskarte. Ach, am besten sag ich's auch gleich, Hannah, also hört mal bitte zu. Hm, was ist denn jetzt los? Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Was ist denn? Äh, ja, schaut mal hier auf dem Bild. Also, das ist der Knochen und wie ihr seht, ist der immer noch gebrochen. Also, wir müssen da leider operativ etwas machen. Was? Also, eine kleine Operation steht an. Was? Eine Operation? Das möchte ich nicht. Ich wollte eigentlich heute zum Spielplatz und morgen ins Einkaufszentrum. Och, nö. Operieren? Muss das denn sein? Gibt es keine andere Lösung? Können wir nicht noch ein paar Wochen warten mit einem Gips oder so? Nein, also, das müssen wir leider mit einer Operation machen. Aber, ist versprochen, es ist nur ein ganz kleiner Eingriff. Und es wird Hannah wirklich danach besser gehen. Äh, wir haben auch schon alles vorbereitet. Also, die OP kann in einer halben Stunde stattfinden. Bist du bereit, Hannah? Was? Ob ich bereit bin? Natürlich bin ich nicht bereit. Ich möchte nicht operiert werden. Oh, nein. Wie läuft das denn dann ab? Also, muss sie dann noch hierbleiben und danach einen Gips tragen oder einen Verband? Und, äh, ich verstehe nicht ganz, also, ich bin gerade irgendwie voll neben der Spur. Ach, machen Sie sich keine Sorgen, Herr Vogel. Also, das wird nur eine kleine Operation sein. Und wenn Hannah wieder wach wird aus der Vollnarkose, dann können Sie sie auch mit nach Hause nehmen. Und dann heißt es nur noch ein paar Tage einen Verband tragen. Und dann ist wieder alles gut. Wie, ein Verband? Kein Gips mehr? Unversprochen, danach ist es vorbei? Äh, ja, Hannah. Also, es ist eine Mischung aus Gips und Verband. Aber, ich würde sagen, nach dem Wochenende kannst du den wahrscheinlich schon ablegen, sagt so die Erfahrung. Also, das wird schon gut. Na gut, na gut, dann können wir es durchziehen. Eine Operation, eine OP, das wollte ich eigentlich nicht, aber... Doch, ich mach's, Papa. Ich hab voll Angst. Ach, mein Schatz, ja. Mein Bein tut dir auch immer noch weh. Also, ich glaub, das muss sein. Ja, Schatz, du bist ganz, ganz tapfer. Ganz mutig. Genau. Also, so geht es deinen Beinen danach besser. Und versprochen, wenn du dann wach bist, warten wir mit Dave auf dich. Ja, Hannah, also, du brauchst keine Angst zu haben. Ich hab ja schon ein bisschen Angst. Nein, brauchst du nicht. Da schaust du, ich warte auf dich. Oh Mann, das ist lieb von euch. Danke, dass ihr mich so unterstützt. Äh, so, wir wären dann soweit. Ähm, alle, die jetzt nicht operiert werden, verlassen mal bitte den Raum. Also, Sie haben gehört, Herr Vogel. Und, äh, Dave hab ich, glaub ich, gehört. Sie müssten jetzt wirklich mal den Raum verlassen. Also, die Operation beginnt jetzt. Tschüss, Papa. Tschüss, Dave. Bis später. Ja, tschüss, mein Schatz. Und wir warten in deinem Zimmer, okay? Also, Herr Vogel, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Eingriff. So, in 20 Minuten, in einer halben Stunde bringen, wie Sie schon rüber ins Zimmer. Also, ich glaub, ich hab mehr Angst als Hanna. Ich hoffe nur, dass es ihr danach besser geht. Also, Hanna, das wird eine Operation mit Vollnarkose. Du wirst jetzt gleich nichts merken und einfach schlafen. Wie, schlafen? Ich bin doch noch gar nicht müde. Nein, nicht schlafen gehen. Hanna, erzähl doch mal einmal von 23 zurück. Hm, okay. 23, 22, 21. Also, wir warten jetzt schon seit einer Stunde, Herr Vogel. Wann wird sie denn jetzt wach? Dave, das dauert manchmal nach einer Vollnarkose. Also, manche schlafen danach oder andere lachen, andere machen dies, andere machen das. Aber sie schläft halt. Wo bin ich denn hier? Papa, Mama? Ah, sie ist wach. Sie ist wach. Hanna, wir sitzen, Dave und dein Vater. Ach, da komm ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hab schon gehört, Hanna wird wach. Wann ist denn jetzt endlich diese OP? Hanna, du warst schon in der OP, schon längst vorbei. Echt? Hm. Hanna, mein Schatz, wie geht's dir denn? Alles in Ordnung? Hast du Schmerzen oder so? Also, normalerweise sollte es Hanna jetzt ganz gut gehen. Also, die Operation ist super gut gelaufen. Sie ist bestimmt nur noch ein bisschen müde. Ja, ich bin total müde. Und irgendwie hab ich gar nicht gemerkt, dass ich geschlafen hab. Also, von der Operation hab ich ja gar nichts mitbekommen. Ja, Hanna, ruh dich ruhig noch ein bisschen aus und dann kannst du gleich mit deinem Vater nach Hause. Und wir haben dir jetzt eine Schiene dran gemacht. Die musst du für ein paar Tage noch tragen. Aber du wirst merken, von Tag zu Tag wird's besser. Hanna, Hanna, mein Schatz, hast du gehört? Hast du gehört? Es wird dir wieder besser gehen. Hm, okay. Also, Dave, tut mir leid. Heute kann ich doch nicht zum Spielplatz. Ja, kein Problem. Aber vielleicht dann Montag oder Dienstag. Yes. Hm. Hanna und Papa, die sind ja jetzt ins Krankenhaus gefahren. Wegen, ähm, wegen dem Bein von Hanna. Und ich bin jetzt hier auf dem Spielplatz. Aber wo ist nur Steve? Wir wollten uns doch hier verabreden auf diesem Spielplatz. Boah, wie soll ich den jetzt finden? Steve, Steve, bist du hier? Boah, da bin ich mal einmal zu ihm in die Gegend gefahren. Hier, zu seinem Spielplatz. Den kenn ich so gar nicht. Und ich find ihn natürlich nicht. Aber, uh, cool. Die haben da oben so ein Baumhaus oder so ein Clubhaus. Das sieht ja ziemlich cool aus. Aber da sind ja andere jetzt. Oh, wo ist Steve? Oh, ich seh sogar ein paar Kita-Kinder hier. Sieht die nicht bei Emma in der Kita oder so? Hat sie mal erzählt. Oh, oh, und da, da. Die kenn ich doch auch. Natürlich. Hey, Ashley. Wohnst du auch hier in der Gegend? Das wusste ich gar nicht. Du, sag mal, hast du Steve gesehen? Oh, hey, Julian. Nee, Steve hab ich nicht gesehen. Aber du kannst gerne hier bei uns bleiben, wenn du möchtest. Lieber später, wenn ich vielleicht Brokkoli gegessen hab oder was anderes Schlimmes. Möchte ich nicht. Danke. Ich suche mal nach Steve weiter. Oh, wo ist der nur? Da hat er gesagt, ich soll pünktlich sein. Und selber ist er nicht pünktlich. War ja klar. Steve, versteckst du dich hier? Nein, natürlich nicht. Oh, auf der Kletterwand ist er auch nicht. Oh, Steve. Oh, kennst du den Jungen da hinten mit dem Skateboard? Der sieht ja voll süß aus. Ach, meinst du den da hinten? Den mit den roten Haaren? Das ist Julian Vogel. Den kennt ja wohl jeder hier in Playmobil City. Aber ich würde lieber die Finger von ihm lassen. Ashley ist schon an ihm dran. Wer ist denn Ashley? Es ist mir doch egal. Als ob ich mich davon abhalten lassen würde. Hey, Julian. Julian, hier oben. Hä, was? Was? Wer? Julian. Steve? Steve? Nein, hier oben. Wir sind das. Ach so, okay. Hey, Julian, hast du Lust, mal hier hochzukommen? Wir haben hier ein ganz tolles Baumhaus. Kannst du auch reinkommen? Oh, also da rein? Okay. Ja, Steve ist sowieso noch nicht da. Deswegen, ja, ich komm mal hoch. Hey, Ashley, kannst du vielleicht auf mein Skateboard aufpassen? Oh, Julian, willst du echt da hoch zu gehen? Ja, ganz kurz. Also, ich würde es lieber nicht machen. Ist doch egal. Ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Boah, ich sag dir mal, geh da nicht hoch. Geh da nicht hoch. Was die da alles verlangen, ne? Also, das geht gar nicht. Hä, was sollen die denn verlangen? Wollten die vielleicht dein Taschengeld? Nee, nee, meins kriegen die nicht. Aber das klär ich schon mit denen. Oh, was für eine Unterschämtheit. Keine anderen Mädchen. Mann, dann geh ich eben wieder nach Hause. Oh, also, wenn da nicht so viele Mädels oben sind, hab ich nicht so das Problem. Aber was machen die denn dann da oben? Also, von mir wollten die gar nichts. Also, das verstehe ich nicht. Ich wollte doch nur hier in dieses Baumhaus. Aber nein, die laden mich nicht rein. Okay, also, warum beschweren sich denn alle? Das ist doch einfach hier so ein Baumhaus auf dem Spielplatz. Also, gehört das irgendjemand? Muss man hier Miete zahlen oder so? Nein, also. Oh, hey, hi. Oh, hey, Julian. Herzlich willkommen hier in unserem Baumhaus. Oder wir nennen es auch manchmal Clubhaus für ausgewählte Leute. Oh, okay. Hey, also, ich bin Irina. Und das ist meine Freundin Marie. Und du, Julian, bist natürlich herzlich eingeladen, in unser Clubhaus zu kommen. Oh, klasse. Ja, und was kann man da so machen? Aber bitte keine Mädelssachen nur. Echt blöde Frage. Wir haben da alles Mögliche. Spielzeug, wir haben sogar einen kleinen Fernseher. Was? Gekühlte Getränke. Habt ihr da auch eine Nintendo Switch oder so? Klar. Wow. Also, du kannst gerne reinkommen, aber nur unter einer Bedingung. Oh, ja, kein Problem, kein Problem. Also, ich kann auch ein bisschen Taschengeld abdrücken. Ein bisschen, so als Miete. Kein Problem, wenn ich da Nintendo Switch spielen kann, weil ich hab keine zu Hause. Nein, nein, Julian. Gib mir mal deine Hand. Dann sag ich dir, was die Bedingung ist. Okay, einfach nur die Hand geben, okay? Komm mal ein bisschen näher. Ja, okay, wieso denn? Und jetzt küss mich. Wie? Was? Weg, 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 weg. Und danach bin ich da noch dran. Ist das... Was soll das denn? Nein, 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 ich will euch nicht küssen. Lieber küsse ich den Monster mit ganz, ganz vielen Pickeln und Warzen. Was soll das denn heißen? Ich wollte doch nur, dass du uns küsst. Mehr doch nicht. Also, du bist echt richtig pies. Fies, dann geh doch rein, dann kommst du hier eben nicht rein in unser Clubhouse. Oh, lieben gern, lieben gern. Wenn ich euch küssen muss. Und wer ist hier fies? Du wolltest mich einfach küssen, ohne Erlaubnis. Ich hoffe, ich werde nicht krank oder so. Boah, du Fiesling. Seh zu, dass du wegkommst. Lass dich hier nie wieder blicken. Lieben gern. Ach, komm schon. Nur einen Kuss, bitte. Boah, die sind doch total verrückt, diese Mädels. Also, Clubhouse, ja, okay, das ist schön und gut. Und ich glaube nicht, dass die da einen Nintendo Switch haben. M-m, glaube ich nicht. Hach. Also, dieser Spielplatz wird mir echt zu viel ohne Steve. Ich bin weg. Oh, Julian, ich hatte dich vorgewarnt. Ich habe gesagt, geh nicht nach da oben. Naja, dass das gerade Ashley sagt, wundert mich schon. Dabei wollte sie mich doch immer in der Kita küssen. Naja, ich bin weg. Hä, was ist denn da auf dem Bolzplatz los? Hä, warum sind da so viele Kinder? Hm, also, ich kann nicht wirklich was erkennen. Oh, ich sehe nur den großen Julian. Oh, Mann, und ist das Mario? Oh, da will ich gar nicht erst hin. Was machen die denn da? Und warum jubeln denn die anderen so? Was ist denn da? Wie? Da ist ein Junge am Pfosten. Die ist ja gefesselt. Oh, das ist Steve. Kein Wunder, dass er nicht zum Spielplatz kommen konnte. Hey, hey, Steve. Hey, lass ihn in Ruhe. Hey, ich sag mal, so war das eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur zum Spielplatz. Ich wollte hier nicht gefesselt sein. Hey, Ruhe, dich hat keiner gefragt. So, wir bestimmen jetzt die Spielregeln. Und das Geld sammeln wir dann auch gleich ein. Äh, also, ich würde da mitmachen, wenn ich nur einen Teil davon abbekomme, bitte. Boah, Erstklässler, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Sei froh, dass wir deinen Freund Julian nicht gefunden haben. Was? Was? Hier bin ich sogar freiwillig. Lass meinen Freund in Ruhe. Meinen besten Freund. Oh, hey, Julian. Also, an deiner Stelle will ich nicht hierher kommen. Die haben noch einen Seil. Und der andere Vorschlüssel ist auch noch frei. Also, komm lieber nicht. Ach, nee. Seh mal einer an. Wenn man vom Teufel spricht, das ist doch Julian Vogel. Hey, was soll das hier eigentlich? Ihr dürft das nicht machen. Also, seid froh, dass wir keine Erwachsenen sind. Sonst hättet ihr richtig Ärger am Hals. Aber jetzt bin ich da. Stevie, ich befreie dich. Hey, lass es so schön bleiben. Hey, lass mich in Ruhe. Lass mich los. Sonst wirst du auch noch gefesselt. Kümmerst du dich bitte darum? Wir müssen jetzt hier gleich das Geld einsammeln. So, für jeden Schiss müsst ihr einen Euro bezahlen. Dann dürft ihr auf Steve schießen. Also, muss das sein? Also, bitte nicht. Bitte nicht ins Gericht oder so. Und wie sieht es denn jetzt mit dem Geld aus? Kriege ich dann auch gleich was, wenn der Ball geschlossen ist? Steve, lass dir das nicht gefallen. Schütz dich, schütz dich. Boah, ihr seid sowas von fies. Sowas würde ich niemals machen. Aua, das war voll in den Bauch. Volltreffer. Wer will als nächstes? Kostet Geld, habe ich gesagt. Oh, also, du hast jetzt nichts dafür bezahlt. Kriege ich keine 50 Cent oder so. Dann hättest du mir eine gemischte Tüte kaufen können vom Kiosk. Wisst ihr was? Das bekommt ihr jetzt alles zurück. Wisst ihr, ich kann richtig gut Fußball spielen. Und du, großer Julian, das bekommst du sowas von zurück. Steve, ich werde dich rächen. So, und Schuss. Oh, was willst du denn wieder? Oh, Julian, kannst du nicht einfach hier verschwinden? Oh, Volltreffer. Aua, Mama. Ich sag dir, Julian, das bekommst du sowas von zurück. Warum ist es denn hier so voll heute? Also, naja, gut, ich bin der Herr Fit. Und der Herr Fit, der muss fit bleiben. Deswegen drehe ich hier ein paar Runden auf den Bolzplatz. Äh, nochmal, komm, wir packen uns, Julian. Was ist denn da los? Sind das nicht, das sind doch Schüler von unserer, von der Grundschule. Okay, Julian, Julian, jetzt mit dem Außenrüst. Jetzt mit dem Außenrüst. Das wird ein Volltreffer. Au, voll ins Gesicht. Oh, das kriegst du zurück, sag ich dir. Ha, ich hab euch gesagt, legt euch nicht mit mir an und nicht mit dem Steve. Das macht man nicht. Also, was ist hier denn los? Julian, gibt's hier ein Problem? Hey, Leute, Herr Fit ist da. Wir müssen schnell abhauen. Komm, Mario. Aua. Oh, oh, das ist doch unser Sportlehrer. Schnell weg hier. Schnell weg hier, bevor er uns sieht. Ja, jetzt haut ihr alle ab. Jetzt seid ihr alle Angsthasen, ne? Mal klar. Los, Mario, komm rüber. Ja, ja, ich komm schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das bekommst du noch zurück. Oh Mann, wir haben jetzt keine Zeit für deine Pläne und für deine irgendwelche komischen Sätze. Los jetzt. Wir müssen los, bevor wir noch Ärger bekommen. Ja, ja. Dich meine ich, Mario. Wir sehen uns noch. Oh, ja, wir sehen uns auf der Schule. Oh Mann, oh Mann. Aber mit dem Ball habe ich dich ziemlich gut getroffen. Julian, kannst du mir mal bitte erzählen, was hier los ist? Hm, gar nichts, Herr Fit. Gar nichts, Herr Fit. Das klären wir unter uns Schülern. Also, das sah ja nicht so lustig aus gerade. War es auch nicht. Aber trotzdem. Na ja, gut. Dann gehen wir mal am besten nach Hause. Ich drehe hier meine Runden. Ja, ist gut. Danke, Julian. Also, ich war sehr gerne zum Spielplatz gekommen. Aber du siehst ja, ich konnte leider nicht. Kein Problem. Äh, kein Problem, Steve. Kein Problem. Oh, endlich. Endlich bin ich wieder frei. So, Julian, wenn wir zum mal hier sind. Die haben auch ihre Bälle vergessen. Wie werden wir denn damit ein bisschen spielen? Aber Julian, kannst du bitte nicht. So, ich habe so genügend Bälle gehalten heute mit meinem Bauch. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich mache das. Ich bin auch für dich da, Steve. Oh Mann, war das cool mit Julius auf dem Spielplatz. Und sieh mal an, was ich da gefunden habe. Also, Julius meinte, das ist wohl so eine richtig seltene Pflanze. Und die stand da einfach so rum. Deswegen habe ich einfach mitgenommen. Gehört doch keinem. Ach, Julian, super. Pünktlich angekommen. Du, ich muss jetzt doch spontan zur Arbeit. Aber ihr seid ja beide zu Hause. Äh, Julian, was hast du denn da mitgebracht? Äh, Papa, nicht anfassen. Nicht anfassen. Das ist eine Pflanze. Das gehört mir. Und naja, du meintest ja, wenn jemand krank ist oder operiert wurde oder so, dann soll man ihnen Geschenke machen. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich so eine Pflanze mit, weil mein Taschengeld gebe ich jetzt nicht für Hannah aus. Nee, nee, dein Taschengeld gibst du bestimmt nicht für mich aus. Du gibst lieber immer mein Taschengeld gleich mit aus. Okay, Hannah, liebes, du weißt dann soweit Bescheid. Ne, ich komme dann erst sehr, sehr spät nach Hause. Das heißt, bitte schon ins Bett legen. Ne, äh, ich bin erst wahrscheinlich in der Nacht da. Papa, also du bist in letzter Zeit echt ein schlechter Komiker. Wie soll denn bitte Hannah auf mich aufpassen? Ich muss doch auf sie aufpassen. Also bitte. Ja, oder so rum, ist mir egal. Hauptsache, ihr passt auf, dass hier nichts kaputt geht zu Hause und keiner reinkommt. So, bis später dann. Also eigentlich habe ich diese Pflanze ja für Hannah geholt, aber ich muss ehrlich gestehen, ich finde sie ziemlich cool. Kann ich die nicht vielleicht behalten? Naja, ich muss ja nett sein. Äh, Hannah, ich habe eine Überraschung für dich. Hm, Überraschung? Ich habe ja irgendwas von Taschengeld gehört. Willst du mir vielleicht was von deinem Taschengeld abgeben? Sehr gerne. Äh, nee, ganz bestimmt nicht. Ich habe dir hier so eine Pflanze mitgebracht. Ist für dich. Hä, was ist das denn von komisches Ding? Äh, naja, ich glaube, Julian, eigentlich bringen wir vielleicht Blumen mit oder so. Die sieht doch überhaupt nicht schön aus. Einfach nur grün. Ach, aber was beschwere ich mich? Also, lieb von dir, Julian. Julian ist echt nett in letzter Zeit. Naja, das war es auch mit nett sein. Also, für heute reicht das. Ich gehe jetzt in der Ruhe ein bisschen spielen. Hm, wie kriege ich denn jetzt diese Pflanze hoch in mein Zimmer? Das wird ganz schön schwer. Über die Treppe mit Gips und mit Krücke und Pflanze? Oh, das kann sich ja um Stunden handeln, bis ich oben bin. Ach, geschafft. Und meine neue Pflanze, die stelle ich vielleicht hier neben Pias Gehege. Hm, ja, sieht eigentlich doch gar nicht so schlecht aus. Oder, Pia, was sagst du dazu? Ist doch eigentlich ganz schön, aber nicht reinbeißen. Die ist nicht zu essen. I like to move it, move it. Ich darf heute bestimmen, wann wir ins Bett gehen. Weil ich bin der Aufpasser heute. Äh, hey, Julian. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber mal ins Bett gehen. Also, Papa hat ja gesagt, wir sollen uns schon hinlegen. Und es ist jetzt schon ziemlich spät. Äh, was? Wie bitte? Was habe ich da gehört? Du willst heute bestimmen? Nein, nein, nein. Ich entscheide heute, was wir machen. Du kannst ja ruhig schon ins Bett gehen. Ich bleib heute noch wach. Okay, dann bleib du halt noch wach. Wirst schon sehen, dass Papa sich ärgert, wenn du lange aufbleibst. Ich mach mich lieber fertig. Oh, aber das dauert alles immer so lange, seitdem ich diesen blöden Gips habe. Oder diesen blöden Verband da. Ich hoffe, dass ich den jetzt endlich bald abbekomme. Noch Zähne putzen und ein bisschen Wasser ins Gesicht und dann kannst du ab ins Bett gehen. I like to move it, move it. Oh Mann, Julian hat total viel Energie. Der scheint immer noch wach zu sein und sich nicht fertig zu machen. Ich lege mich jetzt hin. Julian, guten Nacht, bis morgen. Oh, das wird jetzt auch wieder ein Akt, da hochzukommen in mein Bett mit meinem blöden Verband. Moment mal gerade, war die Pflanze eben auch schon so groß? Pia, ist die gewachsen? Nein, das kann eigentlich nicht sein, dass die Pflanze gewachsen ist. Und ich hab's auch endlich geschafft, hier oben hochzuklettern. Oh, und ich bin so müde. Oh Mann, Subway Surfers zum zehnten Mal. Also langsam reicht's auch, weil... Dann bin ich auch ein bisschen müde. Na, dann geh ich mal ins Badezimmer und mach mich fertig. Zähne putzen und so. Wobei, Papa ist gerade auch nicht da. Und Mama kommt ja auch erst am Montag wieder. Das heißt, erst mal ein bisschen hier auf dem Bett hüpfen, auf dem riesigen Bett. Und jetzt ab ins Badezimmer. Was liegt hier eigentlich die ganze Zeit für ein Zeug rum? Also das war bestimmt wieder Hannah. Also ich räum das Zeug nicht auf, dann kriegst du halt Ärger vom Papa. Kann ich nichts für. Wird auch mal langsam Zeit. Oh nein, ich finde meine Zahnbürste nicht. Also sonst könnte ich ja vielleicht mal die Klobürste benutzen. Wollte Emma doch auch mal machen. Als ob ich so blöd bin und mit der Klobürste meine Zähne putze. Das passiert doch nur Emma, das mach ich niemals. Hm, aber da ich ja heute hier die Verantwortung habe und machen kann, was ich will, kann ich ja vielleicht mal hier im Bad schlafen. Sonst erlauben die mir das nie. Aber heute da bestimme ich ja. Und langsam werde ich ein bisschen müde und meine Augen werden auch ganz, ganz schwer. Hey, hey Dave, hör auf mich zu kitzeln. Also das war heute eine Schicht, das hat so viele Einsätze. Aber jetzt bin ich ja zu Hause. Nein, ich wusste es doch, ich wusste es doch. Warum habe ich sie nur allein gelassen? Was ist hier noch passiert? Das ist ja wirklich eine Pflanze und die kommt von oben nach unten. Oh Gott, nein. Da komme ich gar nicht mehr hoch. Hier ist ja schon alles hergewachsen, also bitte. Oh, das ist aber eine feste Umarmung, Dave. Ah, was ist das? Das ist gar nicht... Dave, nein, ich bin hier eigentlich am Schlafen. Das ist eine Pflanze. Oh nein, das ist die Pflanze, die Julian mir geschenkt hat. Und die ist überall langgewuchert. Sogar in Pias' Stall. Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Ich versuche jetzt mal irgendwie nach oben zu kommen. Hilfe. Wer ruft da nach Hilfe? Hanna? Hanna, tut mir leid, aber ich komme hier nicht durch. Hilfe, Papa. Ist das in Ordnung bei dir? Papa, bist du da? Hier sind überall Pflanzen. Die wachsen überall um mich rum. Hanna, ich bin gleich bei dir. Ich werde dich retten. Keine Sorge, ich bin Feuerwehrmann. Also, das ist meine leichteste Übung. Aber ich muss nach Julian mal schauen. Wo kommt denn diese Pflanze jetzt auf einmal her? Da habe ich die Kinder nur einmal alleine gelassen. Oh Gott, ich hoffe, Claudia bekommt davon nichts mit. Und, was wird denn... Julian? Julian, bist du wach? Wo ist denn Julian? Der ist ja gar nicht in seinem Bett. Oh Gott, nein, die Schlingpflanze. Nein, nein, nein. Wenn er jetzt auch da drin ist. Oh nein. Beide Kinder werden davon festgehalten. Oh Gott, ich habe so viel Ärger am Hals. Ich muss jetzt irgendwie in die Garage kommen. Ja, Schatz, ja, Schatz. Ich brauche irgendeine Säge oder irgendwas anderes, um den Weg hier freizumachen. Oh Gott, ich komme hier gar nicht mehr durch. Was ist das denn? Mein Bein. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, du Pflanze, du kommst jetzt erstmal weg hier. Du wirst weggesägt. Hanna, Hanna, ich bin gleich bei dir da. Ich bin gleich bei dir da. Ich habe eine Säge. Mach dir keine Sorgen. Papa, die Pflanze wächst immer weiter. Es wird immer mehr. Hanna, Hanna, ich habe mir den Weg so freigeschnitten. Also, ich bin noch bei dir. Hanna, deine Hand, deine Hand. Komm, ich helfe dir runter. Gut, dass du da bist, Papa. Ich habe so Angst. War ja klar. Das ist doch die Pflanze, die Julian nach Hause gebracht hat. Aber gut, sie wächst ja jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war eine verrückte Zauberpflanze. Aber du hast recht, die wächst nicht mehr. Oh, du hast uns gerettet, Papa. Apropos, wo ist eigentlich Julian? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Der muss ja hier irgendwo unter den Pflanzen oder so sein. Julian? Papa, hier. Ich habe ihn gefunden. Er ist im Badezimmer. Natürlich, natürlich. Und der ist da in aller Ruhe am Schlafen. Das war ja klar. Derjenige, der uns hier diesen Ärger eingebracht hat, na, der ist da. Sehe dann ruhig am Schlafen. Und am Träumen. Puh, also ich muss euch sagen, das mit dem Klassenbuch ist nochmal gut gegangen. Hast du Glück gehabt? Nee, nee, nee. Das war nicht richtig. Und außerdem mache ich jetzt immer meine Hausaufgaben. Lieber mache ich anderen Quatsch. Aber nicht sowas. Oh, das kann doch nicht sein. Das ist ziemlich... Oh, nein. Die Pflanze ist ja schon längst vorbeigesellt. Oh, toll. Viel zu kurz. Dabei muss ich noch auf Toilette. Könnt ihr ein bisschen noch warten? Oh, ja, klar. Ja, klar. Aber lasst hier bitte nicht sein. Bitte nicht groß. Also, bitte. Oh, Julian, müssen wir auf Steve warten? Der braucht doch immer so lange. Wir kommen bestimmt alle zu spät zum Unterricht. Und das gibt dann Ärger mit Frau Diva. Aber Sarah, also ich will doch auf dich warten. Ich bin doch dein Freund. Also Freunde warten immer aufeinander. Ich bin gleich fertig. Ja, das hoffen wir mal, dass du gleich fertig bist. Alle anderen sind schon vom Schulhof runter. Es ist total leer. Jetzt beeil dich endlich. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wie Julian immer sagt, du kommst doch nicht zu spät. Und wenn, dann halt alle gemeinsam. Äh, Steve, hast du jetzt etwa barfuß da auf Toilette? Warum läufst du eigentlich immer ohne Schuhe rum? Also, ich habe kein Problem damit. Ich finde das ganz gut, ohne Schuhe rumzulaufen. Finde ich cool. Guck doch mal. Julian und ich haben doch auch Schuhe an. Ich habe Stiefel an, Julian Turnschuhe und du gar nichts an den Füßen. Ist das nicht auch zu kalt? Ach, Kinder, was soll das denn hier? Die Pause ist schon längst vorbei und ich höre hier Diskussionen von irgendwelchen Schuhen und so. Also bitte nach der Stunde. Oh, hey, Herr Tillich. Ja, wir gehen direkt nach oben. Wir waren gerade auf dem Weg und wir, ja, wir gehen nach oben. Genau, wir beeilen uns. Naja, Julian, also wir sehen uns ja gleich noch. Oh, gerade noch geschafft. Frau Diva ist noch nicht wieder da. Dann ab auf unsere Plätze. Ah, warum will denn Herr Tillich jetzt mit mir reden? Ich bin irgendwie ein bisschen nervös auf einmal. Ey, Julian, ich rechne dich doch erstmal einfach hin. Was ist denn dein Problem? Der Herr Tillich meinte, wir sehen uns gleich noch. Was meint er denn damit? Hat er jetzt noch herausgefunden? Was ich mit dem Klassenbuch gemacht habe? Oh, bitte nicht. Oh, Julian, du hast Frau Diva schon genug geärgert. Jetzt setz dich einfach hin. Die wird sich sonst ärgern, wenn du da noch so rumhampelst. So, Kinder, da bin ich wieder. Mal wieder eine Stunde bei Frau Diva. Und diese Stunde werden wir mit einer kleinen Quizfrage starten. Hm, na, Quizfrage, was meint die denn? Das ist doch Lesen und nicht Quizunterricht. Die Frage ist, was hat sich an mir verändert? Wem fällt's auf? Wem fällt's auf? Haha, ich hab mich umgezogen. Au, au, au. Mir fällt's, glaube ich, auf. Hat die einen anderen Rock an? Der hat ja genau... Das ist ja genau die gleiche Farbe wie meine Hose. Ich melde mich mal lieber. Dann ist sie vielleicht wieder ruhig. Ja, Julian, ich sehe, du meldest dich. Obwohl... Julian, was machst du denn überhaupt noch hier? Äh, wie? Was soll das heißen? Was mache ich noch hier? Ich dachte, ich fliege nicht von der Schule. Du musst doch jetzt zur Klassensprecherkonferenz. Los, Julian, du kommst so spät. Äh, Klassensprecherkonferenz, was ist das? Das höre ich zum ersten Mal, Frau Diva. Oh, Klassensprecherkonferenz, das hört sich ziemlich witzig an. Warum hast du nichts davon erzählt, du, VIP, du? Oh, Klassensprecherkonferenz, hört sich irgendwie interessant an. Wahrscheinlich will er natürlich mit mir reden, weil ich Klassensprecher bin. Aber wo findet denn diese Konferenz statt, Frau Diva hat mich einfach vor die Tür gesetzt und nicht gesagt, wo ich hin soll. Oh, wo ist die denn jetzt? Oh, es ist keiner auf dem Schulhof. Ich sehe niemanden. Also, wobei, vielleicht eine Klassensprecherkonferenz auf dem Spielplatz würde doch Sinn machen. Wir sind ja alles Kinder. Hm, aber ich sehe keinen. Hier ist keiner weit und breit. Was mache ich denn jetzt? Freistunde oder was? Julian, hallo, hier sind wir. Julian, hier findet die Klassensprecherkonferenz statt. Ach, Julian, mal wieder der Letzte. Ich hätte doch gesagt, komm, bitte nicht zu spät. Naja, jetzt bist du ja da. So, okay, wir sind dann vollzählig, Kinder. Der Letzte aus der ersten Klasse ist dann da. Oh, Klassensprecherkonferenz. Hm, das sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Klassensprecher aus den verschiedenen Klassen hier aus der Grundschule. Interessant. Ja, herzlich willkommen zur halbjährlichen Klassensprecherkonferenz. Welche Themen stehen denn heute an, liebe Kinder? Also, ich finde, wir sollten auf jeden Fall über die Situation auf den Toiletten reden. Jede Pause sind die besetzt. Man kommt überhaupt nicht dran. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ist bei den Jungs genauso. Okay, alles klar. Ist notiert. Weitere Themen? Also, ich hätte eine ganz besondere Bitte. Also, wir sollten vielleicht neben der normalen Milch auch noch laktosefreie Milch anbieten für die anderen Kinder. Also, manchen tut das vielleicht nicht so gut. Ja, also, das kann ich nur bestätigen. Bei mir in der Klasse gibt's Kinder, denen geht's nach der normalen Milch nicht so gut. Da bin ich dabei. Oh, man darf anscheinend hier ein paar Wünsche äußern. Aber ich sollte was Sinnvolles sagen. Also, ich wäre dafür, dass die Pausen ein bisschen länger sind. Oh ja, das finde ich auch. Also, die sollten mindestens fünf Minuten länger sein. Es ist immer total stressig, alles in einer Pause unterzubringen. Oh, die finden das sogar gut. Aber was mich an der da stört, die sieht ja aus wie Hannah. Ah, naja gut, okay, ich hab mir alle Punkte aufgeschrieben, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber vorher würde ich jetzt ganz gerne mal noch den Schulsprecher wählen oder wählen lassen. Also, ich würde sehr gerne wieder als Schulsprecherin kandidieren. Ich hab jetzt schon drei Abendsperioden mitgemacht und ich finde, ich hab das gut gemacht. Also, wäht mich wieder. Oh, Mann, also, Schulsprecher, das hört sich ja heftig an, ist wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn man Klassensprecher ist. Dann muss ich wahrscheinlich ein Date haben mit der Schulleiterin oder mit Herrn Chillig. Oh, nee. Also, meiner Meinung nach hat Paula das zwar ganz gut gemacht, aber vielleicht könnten wir auch mal ein bisschen frischen Wind hier reinbringen. Also, ich schlag den Neuen da vor. Der hat das eben mit der Pause gesagt. Ich finde, das war ein guter Beitrag. Ich finde, der wäre geeignet als Schulsprecher. Äh, ich als, äh, Schulsprecher? Ich soll frischen Wind reinbringen? Also, wenn ich hier einmal pupse, also dann gibt's keinen frischen Wind. Aha, naja gut, Julian, du kommst auf die Liste. Oh, nein, also, Schulsprecher, nee, danke. Na ja, gut, okay, dann haben wir also Paula, Julian und den André. Danke für eure Vorschläge, ich hol mal kurz die Tafel, dann können wir abstimmen. Ihr könnt, äh, ja schon mal einen Stift und einen Zettel rausholen. Hm, also, ich glaub, ich will dich. Hm, ich glaub, hm, du wärst ein guter Schulsprecher. Äh, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Du würdest mich auf gar keinen Fall haben als Schulsprecher. Ich will mich selber noch nicht mal haben. Also, Leute, ich muss hier kurz mal eine Ansage machen. Wenn ihr jetzt mich wählt als Schulsprecher, dann, äh, bricht dir das total Chaos aus in der Schule. Dann sag ich, gibt's überall Klos in den Klassenzimmern ohne Türen und ich pupse alles voll und es wird überall Popel geben. Sag ich euch nur so als kurze Warnung. Äh, also, also, Klos in den Klassenräumen, also bitte nicht, das ist ja total eklig. Ja, und da kommen noch viel schlimmere Sachen. Ich sag euch, es wird ja ein Popelmenü geben, bis zum Gehtnichtmehr. Oh Mann, Popelmenü, ich glaub, ich will den doch nicht. Also, ich hatte ihn zwar vorgeschlagen, aber, uh, nee, bitte nicht. Okay, die Namen stehen hier und ihr wisst jetzt, es läuft eigentlich wie bei der Klassensprecherwahl. Ihr schreibt jetzt einen Namen auf den Zettel und den gebt ihr mir dann bitte ab. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaub, das wird eine spannende Wahl heute. Hey, du da, psst, wir, ich seh da meinen Namen, dann gibt's richtig Ärger. Äh, ich will dich doch nicht, ich will doch kein Popelmenü. Schon klar. Okay, das war, glaub ich, der letzte Zettel. Ja, so sieht's aus. Okay, dann haben wir Paula mit fünf Stimmen, Julian mit null Stimmen, okay, und André mit drei. Naja, okay, dann ist die alte Schulsprecherin die neue Schulsprecherin. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch, Paula. Und Julian, tut mir natürlich ein bisschen leid für dich. Yeah, ich bin wieder Schulsprecherin. Freut euch auf ne tolle Zeit mit mir. Oh, was, die freut sich ja total. Äh, viel Spaß beim Date mit Handschillig.